Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Live-Stream hier auf diesem Kanal. Wo mache ich denn jetzt hier meinen Chat? Auch da, Chat. Wunderbar, jetzt sehe ich auch den Chat. Wir haben heute wieder einen Gast, wie ihr seht, der schon mal zu Gast war, der heute in Anführungszeichen dann doch mit Gott sei Dank guter Laune hier sitzen kann. Nicht, dass wir abgezitierten, dass er hier mit schlechter Laune sitzt, aber ja, Felix, magst du dich trotzdem einmal gerne vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Felix von AFM VfB, mache seit Jahren mein YouTube-Zeug, wie es hier bei anderen Kollegen auch sieht, Match-Reactions-Videos, alles zum Verein und gestern habe ich da Match-Reaction gemacht, wieder ganz oldschool auf dem Sofa bei mir damals. Das hat es angefangen bei mir in der zweiten Liga noch und da dann schön die Relegation gefeiert tatsächlich. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass man hier vielleicht ein bisschen anders sitzt, aber nachdem die Anfrage auch erst gestern kam und erst nach dem Hinspiel kam, habe ich die sofort angenommen. Warst du mutig, ja? Ja, da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich meine, das Traumtor von Kittel, ich habe da auch den netten Spruch gebracht, also in der Szene dann direkt gesagt, ja komm, schieß halt. Dann kloppt er das Ding da zum 1.0 rein nach vier Minuten. Habe ich schon Angst, dass er ein bisschen Karma kickt, aber zum Glück nicht weitergehend. Ja, perfekt. Felix, magst du dich auch mal vorstellen für die Leute? Also erstmal finde ich es geil, wie euphemistisch, Felix, diese asoziale Einladung von dir auf den letzten Drücker per Sprachnachricht als, wie hast du es bezeichnet? Als Anfrage. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ja, wer bin ich denn? Ich bin hier auch meistens am Dienstag am Start. Boah, dieser Becher sieht echt sowas von geil aus. Der ist top. Ich sage es dir, wie es ist. Das ist er. Ja, ich bin, ihr wisst ja, wer ich bin. Ich bin Felicio und mache hier mit Nico den Talk jede Woche und ich freue mich, dass Felix mittlerweile hier Stammgast ist. Ich weiß gar nicht, wie oft Felix zu Gast war, durch diese ganzen direkten Duelle. Und jetzt auch noch die Relegation. Ist er absoluter Stammgast. Und heute mit guter Laune. Wir hätten dich aber auch eingeladen, wenn du schlechte Laune gehabt hättest. Eventuell. Felix hat das Stammbild, sehe ich gerade. Ach, sehe ich auch gerade. Das reicht schon. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Ja, jetzt hat es sich gerade so langsam ein. Aber hätte ich auch genommen, das ist kein Problem. Das ist irgendwie dieser Standard irgendwie. Ich habe es gefühlt, die muss irgendwann diesen WLAN sticken. Oh ja. Oh ja. Das ist immer, wenn ich irgendwie quasi was, was, was schwierig ist für den Stream oder so, muss ich kurz rein und rausstecken. Ja, du bist noch ein bisschen am Breakdancen. Aber ich glaube, es wird gleich. Ähm, ja, Freunde. Äh, natürlich auch für die Leute, die es im Nachgang auf YouTube sehen. Wir sind auf dem Weg zu den ersten 3000 Abonnenten. Ihr könnt immer noch Teil davon sein. Gerne auch ein Däubchen nach oben da lassen. Transfer News heute auch rausgekommen wieder. Teil zwei. Transfer werden heute natürlich auch einige Themen sein. Wir hatten, also ich will ja nicht sagen, dass, dass, äh, einer von uns beiden und dass ich es nicht war, schon eine Liste hatte mit VfB-Spielern. Aber gut, äh, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen bearbeiten. Äh, und der Felix hat mit Sicherheit gleich ein, zwei Spieler, äh, äh, die man vielleicht günstig schießen kann, so als Geheimtipp oder so. Muss man mal gucken. Felix hat schon wieder Standbild, oder? Fee. Ja. Ja, aber das ist ein gutes Standbild jetzt, oder? Fertig. Das ist wenigstens hochauflösend, das kann man schon mal sagen. Ja. Wollte gerade sagen, das, das kann man eigentlich sehen. Und als ich hier diesen langen Talk hatte mit Felix, da hat er ja auch andauernd Standbilder. Also ich weiß nicht, ob der Netzausbau bis Baden-Württemberg durchgekommen ist. Anscheinend nicht. Ja, das ist, äh, das kennen wir ja. Äh, ich wollte erst gerade sagen, vielleicht wieder Discord-Probleme, aber das ist tatsächlich Internet. Ist ja nicht so schlimm. Äh, dann begrüßen wir natürlich den Chat. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, welchen Becher kam heute eben rein? Ich war gestern im Kino und da, die sind jetzt umgestiegen auf diese Becher statt Pappbecher, Mehrwegbecher. Kannst du entweder zurück, äh, nehmen oder halt mehrfach verwenden. Und guck mal, da sieht, äh, seht ihr, der Wunderbecher kommt einmal ins Bild, zack, Felix wieder da. Äh, wo ist der? Äh, WLAN, super Zeitpunkt rausgesucht, um hier kurzen Hänger zu haben. Ist gar kein Problem. Ich habe gerade eben gesagt, ähm, dass du mit Sicherheit auch den ein oder anderen interessanten Transferkandidaten hier mitgebracht hast für uns in die Runde. Äh, 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 wir quatschen darüber gleich. Aber ich finde, wir sollten anfangen chronologisch, ähm, mit der Relegation. Gestern gegen den HSV-Rückspiel. Felix, erzähl mal, wie waren deine Emotionen? Letzte Saison, äh, am letzten Spieltag gerettet, Platz 15, die Saison Relegation. Du weißt ja, was dann die Steigung ist, ne? Ja. Abstieg. Leider ja bei euch. Abstieg. Erzähl gerne, wie warst du dich? Leider ja bei euch. Das Witzige ist ja, wir haben genau die gleiche Punktzahl geholt. Wir haben die identische Saison gespielt. Gleiche Siege, gleiche Niederlagen, gleiche Unentschieden, gleiche Punktzahl. Unterschied war halt, damals hat es gereicht, dieses eine Legendotor war der Unterschied. Hätten wir gegen Hoffenheim noch das Tor gemacht, wären wir auch drin geblieben. Und ich habe mir eigentlich so, also seitdem wir bei Hertha verloren haben, war so ein bisschen das Gefühl drin, oh fuck, jetzt ändert sich vielleicht wieder was, Momentum-mäßig und sowas. Und ab da habe ich mir kommen, nee, ich habe keinen Bock, mich wieder wie letztes Jahr komplett gefühlt depressiv zu stellen, bis zum letzten Spieltag. Ich zwinge mir jetzt so eine Form von Zweckoptimismus auf und war dann recht positiv für Leverkusen, für Mainz. Hoffenheim war noch ein bisschen kleiner Downer, weil Gewinn halt ist Spiel und du bleibst drin. Aber auch vor der Relegation war ich eigentlich recht entspannt, weil wir kennen ja Tim Walter, wir kennen seinen Fußball, wir kriegen die Chancen. Und dann fällt nach der ersten Minute das 1-0 im Hinspiel. Wahnsinn Stimmung, 3-0, muss eigentlich fast 4-5-0 gewinnen. Und dann war das Rückspiel eigentlich auch durch. Die einzige Angst war halt echt, was ja auch passiert ist, früher Gegentreffer und so ein bisschen Momentum in der Arena. Aber es hat ja der HSV, die haben besseres Spiel gemacht logischerweise, aber die haben es nicht so richtig mitnehmen können. Das Tor ist gefallen, ein Traumtor hält kein Mensch. Sowas fällt halt mal. Perfekter Zeitpunkt von HSV. Danach kam ja nicht mehr nichts Zwingendes von HSV. Direkt danach eine Chance für uns, das Upside 1-1. Und spätestens ab diesem Upside 1-1, wo dann klar war, gut, wir können ja auch aus dem Nichts treffen. Dann war ich eigentlich wieder recht entspannt gestern. Man hört dich nicht. In der Tat. Man hört mich nicht, ja. Ich wollte mal gucken, ob ihr auch schon wach seid. Hallo. Ich möchte mal ganz kurz was vorlesen. Wir hatten dich ja vor kurzem erst zu Gast. Damals hast du eine Prediction abgegeben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich möchte mal kurz die letzten drei Plätze vorlesen. Hertha 29 Punkte, 18. Schalke 17. 31 Punkte, Stuttgart 33 Punkte, 16. Laut Felix wäre man mit 33 Punkten eigentlich fast schon im gesunden Mittelfeld eigentlich. Also nach deiner Kampel. Ja, ich war gerade da. Da wäre eigentlich was gegangen, oder? Hattest du nicht gesagt, du bist hier sogar, also du würdest nicht ausschließen, dass sogar 28 Punkte reichen? Ich meine, da war da was. Das ist jetzt aber echt fies, ey. Also da habe ich unsere Liga halt wirklich auch krass schlecht eingeschätzt, ne? Also ich dachte wirklich, da habe ich so Sigi wie von Bochum, 3 und Leverkusen halt nicht im Kopf gehabt. Da habe ich echt gedacht, da hat keiner mehr so richtig. Aber wenn ich es richtig rausgenommen habe, Hertha 18, Schalke 17, wir 16 war ja zumindest richtig, ne? Also Punktzahl Quatsch, aber Prognose an sich war okay. Ja. Hättest du es so genommen? Wäre für dich so Best Case jetzt gewesen? Also gut, jetzt bleibt man sowieso in der ersten Liga, aber Hertha und Schalke sind ja auch schon, weiß ja auch jeder, Zuschauer-Magneten. Absolute Einschalkoten, die auch verloren gehen. Wie wäre es dir so am Recht gewesen, sage ich mal? Hertha, also Hertha hätte ich auch gerne drin gehalten, aber rein realistisch war das halt irgendwann schon klar, dass es da runtergehen könnte. Das war eher der Fokus darauf, dass Schalke vielleicht es schafft, drin zu bleiben. Das Schlimme ist ja bei uns, gut, Schalke wäre auch abgestiegen, aber was wir geschafft hätten, ein Tor gegen Hoffenheim und Augsburg wäre nach der 100 nicht mal auf 416 gewesen. Das war dann der Nebeneffekt von diesem Spiel, diesem, ja, nicht wirklich befriedigenden 1-1, wo man eher sich fast über Leipzig-Tore gefreut hat dann am Ende, dass Schalke doch nicht mehr das Spiel umdreht, weil sonst bist du auf 17. Also grundsätzlich gerne auf 18, auf 18 Hoffenheim, 17 Augsburg, aber rein realistisch hatte ich zumindest die kleine Hoffnung, dass vielleicht Schalke sich drin hält, aber alles getan, das hat nicht gereicht, aber für nächste Saison bin ich tatsächlich bei beiden Vereinen, habe ich eigentlich recht optimistisch, dass es funktionieren könnte, im direkten Wiederaufstieg. Ist natürlich auch die Frage, zwei Plätze sind da, du hast meistens eine Überraschungsmannschaft, die sich da reinreiht, dann musst du einen vielleicht in die Relegation, aber wenn ich meinen HSV anschaue, wie die es immer wieder hinbekommen, eben nicht aufzusteigen, habe ich schon Hoffnung in Hertha und Schalke. Also Heidenheim und Darmstadt haben sich verdient, es geht ums Sportliche, aber da fallen schon Klubs weg und werden ausgetauscht mit Klubs. Das ist kein fairer Austausch, was da passieren wird nächstes Jahr. Aber zum Spiel nochmal, man muss ja auch klar sagen, also habe ich zumindest gestern so gesehen, dass die individuelle Qualität so krass unterschiedlich war von, also HSV, wie sie es ja jetzt auch mal gesagt haben, sind halt nach fünf Jahren Zweite Liga halt wirklich mittlerweile immer noch eine der besten dort, aber eine Zweitligamannschaft. Und es gab so diesen Zeitpunkt nach dem 1-0 für Hamburg und auch später nochmal vor der Halbzeit, da gab es eigentlich echt viele Situationen, wo Hamburg die richtigen Zweikämpfe gewonnen hat und schöne Umschaltmomente eigentlich hätte kreieren können, wo du dann immer gesehen hast, es hat einfach an der individuellen Qualität gefehlt. Also dann, ob das Jatta oder Dompeh ist, der geht an einem vorbei und scheitert dann an einem Fünf-Meter-Pass oder an einer Flanke, die einfach zu schlecht sind, um dann halt an so einer qualitativ guten Innenverteidigung oder an den Sechstern oder so vorbeizukommen. Und ich fand auch, der Einsatz hat ja gestimmt, aber es war einfach auch ein krasser Qualitätsunterschied einfach in den beiden Relegationsduellen. Ja, HSV ist ja auch, das ist halt mittlerweile für eine vierte Liga. Das ist das Problem, also wenn du absteigst, dann ist es eigentlich grundsätzlich okay in manchen Fällen, in manchen vielleicht sogar gut, doof gesagt, weil du ein paar Leute los wirst, die manche Fans vielleicht loswerden wollen, aber du musst halt direkt wieder hoch. Also wenn du wieder HSV aus dich hinbekommst, in der ersten und für immer so in der zweiten Saison aufzusteigen oder auch Hannover und Nürnberg, dann verfährt sich das irgendwann. Das hieß beim HSV, das ist halt noch der größte Verein da unten so, aber es ist halt kein Bundesliga-Abstiegskater mehr, überhaupt nicht mehr. Nee, du hast ja auch gesehen, also hat man so gesehen, Kittel, ja, ist manchmal schön Wetterfußballer und so weiter, aber das ist dann einer, der hat halt noch Qualität irgendwie für mehr individuell. Also da kommen Schüsse, sind dann perfekt platziert, Pässe stimmen teilweise, aber wie gesagt, gerade bei den Außen, bei Jatta ist mir das auch schon letztes Jahr in unserer Relegation aufgefallen. Bringt einen irrsinnigen Speed mit, aber ganz ehrlich, bei wem würde der in der Bundesliga wirklich spielen? Also da kommt ja nichts an. Und das ist mir auch schon während der Saison die ganze Zeit aufgefallen. Aber gegen Zweitenligisten ist halt noch mal was anderes, weil da hat er so viel Tempo und so viel Raum, dass er dann das halt umsetzen kann, aber es geht halt nicht gegen Bundesliga-Mannschaften. Und ihr habt halt auch noch eine gute Zentrale mit Endo und Karazor, der ja immer so ein bisschen, ja, ist halt so ein nicht so krass sichtbarer Spieler, aber halt auch extrem wichtig ist mit seinen Zustellen der Pässe und so weiter und Laufwegen und Zweikämpfen. Und dann habt ihr halt, ja, Endo sowieso, der ist ja auch noch offensiv ziemlich gut. Und dann habt ihr halt noch, ja, eigentlich auch noch eine ziemlich gute Bank, gute Flügelspieler mit Gerasi, einen guten Stürmer. Also das war ja, also 6 zu 1 war ja zehnmal deutlicher als die Relegation von Hertha letztes Jahr. Ja, das war das deutlichste seit 2009, also wo es wieder eingeführt wurde. Da hat, glaube ich, Nürnberg irgendwie 5-0 in Summe gewonnen gegen Cottbus. Seitdem wurde es nicht mehr so deutlich. Köln dann mal irgendwie kurz das 5-1, was dann irgendwie 5-2 insgesamt war, aber das hätte ja auch noch höher ausgehen können. Also das Hinspiel hat ja, das war das einzige Manko im Hinspiel, dass du da das nicht schon komplett zugemacht hast, sag ich mal, mit einem Vierer oder Fünften. Das war schon heftig. Und du merkst halt auch die Art und weißt, wie du Fußball spielst, bekennst du ja von Walter. Das klappt in der zweiten Liga vielleicht mal, so Beispiel gegen St. Paulien, gewinnst du halt ein Spiel mit 5-4, hast da eine scheiß Defensive, aber vorne klappt es halt. Und so fängst du halt gegen einen Klub wie uns, wo das auch nicht unbedingt typisch ist, fängst du ja sechs Tore in zwei Spielen, weil eben die Abwehr und der Fußball von Walter da halt überhaupt nicht funktioniert hat. Da merkst du halt auch den Unterschied. Ja, weil sie dann eben individuell eben nicht überlegen sind gegenüber dem Gegner, sondern unterlegen. Und wir haben es ja, Nico und ich haben das auch schon besprochen gehabt, dieses, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, HSV gegen Paderborn. Da hätte der HSV zu Hause irgendwie nach fünf Minuten zwei Gegentore kriegen müssen, Minimum. Und genau so kam es ja dann unter anderem gegen Stuttgart. Und das ist natürlich bitter, dass dann auch noch, aber da war das Spiel für mich eh schon gelaufen, dass Heuer Fernandes, der eigentlich für mich ein sehr, sehr guter Keeper ist und ich hier noch gelobt hatte, wie gut der immer mitspielt. Und der ist ja wie so ein Libero noch mit hinten drin, der sich dann auch anbietet, wenn die Räume zugestellt werden in der Offensive. Dass der dann noch so patzt, ja, kann passieren, ist bitter. Aber ja, also HSV, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht die größten Sympathien, aber ich hätte es denen auf jeden Fall gegönnt, gehören auch wieder in die Bundesliga. Aber für uns zum Beispiel ist es, glaube ich, sogar besser, dass ihr nicht runtergekommen seid, weil ich denke, ihr hättet auf jeden Fall einen qualitativ hochwertigeren Kader in der zweiten Liga als der HSV nächstes Jahr. Ja, wobei ich glaube, da wäre auch einiges abgebrochen. Aber man muss ja eine Sache auf jeden Fall auch noch sagen. Ich fand im Hinspiel hat man aber auch, also das Problem, das größte Problem war, glaube ich, von Anfang an in dieser Relegation, dass Hamburg von der ersten Minute an nicht gut reingekommen ist. Das hat halt den Stuttgartern ja total gut auch in die Karten am Ende gespielt. Du hast aber schon auch gemerkt, es gab so einen Zeitpunkt im Hinspiel in der Relegation, wo Stuttgar auf einmal unsicherer wurde. Da waren auch so ein paar kleinere Vielpässe drin, wo ich so dachte, boah, wenn jetzt so der HSV noch mal stärker werden würde, rein theoretisch, dann wäre es vielleicht nochmal spannend. Aber die waren halt selber dafür nicht stark genug an dem Tag. Das war so ein bisschen das Problem, weil du hast in der Zwischenzeit schon gesehen, boah, wenn Stuttgar das zum Beispiel in der Bundesliga macht, also da diese Schwächephase hat, dann kann das interessanter werden. Und, das habe ich auch schon im Hinspiel gesagt, da muss auch Tim Walter hinterfragt werden, ganz klar hinterfragt werden, das hat nichts mehr mit Qualitätsunterschied zu tun, wenn du zwei Standard-Gegentore kriegst. Über sämtliche andere Situationen kann man sich absolut streiten, da kann man sagen, auch Gerasi hätte sowohl den Elfmeter als auch die eine Chance da, wo er alleine vorm Torwart ist, die muss der beide machen. Aber wenn wir das weglassen, dann sind es zwei Standard-Gegentore. Das erste ist in der ersten Minute. So was studierst du ein. Also gerade als Zweitligist musst du eigentlich über die Standards kommen. Das hat auch ein wenig mit Qualitätsunterschied zu tun. Das sind einfach Sachen, die kannst du gut lernen und die kannst du auch gerade in so einem entscheidenden Spiel auch als Waffe benutzen, als kleinerer Verein, sage ich mal. Oder kleiner im Sinne jetzt von anderen wirtschaftlichen Verhältnissen. Genau. Aber das war halt echt extrem wenig und Stuttgart hat auch völlig zurecht gewonnen. Das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen. Ich sage nur halt, wie gesagt, wenn, glaube ich, dieses frühe Tor am Anfang nicht fällt, wenn Hamburg da mit einer besseren Einstellung reingeht, beispielsweise wie im Hinspiel gegen Hertha damals, also in der letzten Saison, wenn es mit so einer Einstellung direkt losgeht, wäre es, glaube ich, direkt ein anderes Spiel geworden. Weil du hast auch gesehen, auch ein Reis, wie gesagt, der hat ja Qualitäten. Da können wir später nochmal drauf zu sprechen, ob der dann da bleibt. Aber qualitätsmäßig ist das ein super Spieler. Wenn du Glatze richtig in Szene bringst, kann der auch extrem gefährlich werden. Auch unangenehm, auch für Erstligisten. Aber dann sind wir auch bei dem Punkt, den ihr beide auch gerade schon gesagt habt. Irgendwo hört es dann auch auf. Also der Kader in der Tiefe, da ist nicht mehr viel. Da merkst du halt auch jetzt die letzten Jahre, die waren halt einfach nicht Erste Liga, sind da jetzt lange schon drin, sind da irgendwo auch eingestellt. Ich glaube, dass Tim Walter allgemein auch, ja, hat natürlich so ein bisschen die Werbetrommel jetzt auch gerührt, ne. Zuletzt ganz viel HSV Mein Verein und alles Mögliche. Und ich bin so stolz auf die Fans, die Mannschaft und so weiter. Ja, aber dass da sämtliche Fans auch extrem angepisst sind und dass auch die Stimmung ein Stück weit kippt, ist ja auch irgendwo klar. Der wird mit Sicherheit auch Zusprüche haben. Aber ich habe heute erst vorhin hier bei Vater und Sohn reingeschaut und da waren fast alle Kommentare zu dem Zeitpunkt erst mal negativ. Im Sinne von halt, ne. Ich meine, er hat gesagt, die Menschen, die glauben, HSV spielt nächste Saison noch zweite Liga, ne. Also dieser Satz, das war halt ein absolutes Eigentor jetzt, wenn du dann am Ende es eben nicht packst und dann allgemein auch in die Klikation musst. Und nächste Saison wird es nicht einfacher. Felicio, Hertha, Schalke geht runter. Klar, es gibt immer noch eine Überraschungsmannschaft, aber die kommt ja auch noch dazu. Dann Hamburg. Das wird schon ganz, ganz extrem werden. Überlegt mal. Zwischenzeitlich in der Saison, wo Werder und Schalke aufgestiegen sind am Ende, war aber Darmstadt zwischenzeitlich echt gut am Machen da oben. Und wir dachten schon, ach du Scheiße. Und Pauli. Darmstadt und Pauli waren zwischenzeitlich vor uns. Also vor Schalke und Bremen. Und da dachte man schon, wie soll das denn jetzt nächste Saison für den HSV aussehen, dann mit eventuellen Abgängen. Das kann schon sehr schwer werden. Ja, es war dieses Jahr, wo sie aufsteigen müssen. Also die Konkurrenz war dieses Jahr so low wie noch nie. Es ist auch mal Bielefeld-Ankurs, die gerade parallel spielen. Oder Fürth. Die haben ja beide überhaupt keine Rolle gespielt da oben. Und Nürnberg war ja im Jahr davor auch noch ein bisschen weiter oben mit zu verordnen. Die waren auch noch weg. Also eigentlich muss man wirklich sagen, das wäre jetzt das Jahr gewesen. Absolut. Und ja, also diese Standards, klar, ist natürlich auch mega schwer, Mavropanos und Sosa zu verteidigen, wenn beides perfekt kommt. Aber das weiß ich ja. Wie kann ich da fünf Meter in der ersten Minute wegstehen? Also ich verstehe das sowieso immer nicht. Ich meine, die haben doch extra Leute, die nur den Gegner analysieren. Wie kann dann bei einer Situation, die aus dem Stand ist, also ein Standard, nicht aus dem Spiel heraus, wo Fehler immer mal entstehen können, wie kann so jemand so freistehen? Das sind vor allem ja die einfachsten Sachen. Das muss man ja auch sagen. Das meine ich ja. Das ist so verrückt. Es wird mittlerweile alles gefühlt fast tot analysiert und alles. Aber dann bei so den einfachsten Sachen am Mann stehen, hört es dann auf. Ich finde das auch immer so bemerkenswert, wenn dann, du siehst das auch manchmal, fast eine komplette Abwehrreihe, wenn der Ball von außen kommt, egal ob bei einer Ecke oder bei einer reingeschlagenen Flanke, geht nur Blick Richtung Ball. Also die gucken, so wenig Verteidiger gucken noch auf den Gegner, lösen die sich einmal und stellen sich zwischen zwei Innenverteidiger. Das ist, glaube ich, so das Paradetor, was jeder in dieser Saison schon bekommen hat, weil das total auffällig geworden ist. Also die Abwehrspieler sind dann im Fokus Ball, aber der Gegenspieler wird irgendwie, ja, ist dann in dem Moment einfach weg. Aber Stuttgart hat es auch im Hinspiel extrem gut gemacht. Also zum Beispiel dieses krass frühe Anlaufen am Anfang, auch noch nach dem Tor noch. Das hat die ja extrem unter Druck gesetzt. Dann haben sie auch eine gewisse Härte mit reingebracht, irgendwie gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Und dann auch so diese Chance von Girassi, wo er das 2-0 machen muss. Also da haben ja auch wieder alle geschlafen. War zwar schön gemacht, klatschen lassen, durchgelaufen. Aber wie kann in der Mitte das so frei sein? Also so hoch stehend. Und ein paar Mal gab es sogar noch Szenen, auch gegen ein Hinspiel, wo Heuer-Fernandes, glaube ich, wenn das nicht Heuer-Fernandes ist, sondern ein anderer Keeper, dann rennt da der Spieler wieder alleine aufs Tor zu. Gestern haben sie es ja eigentlich gut angefangen. Da hatte ja eher Stuttgart dann ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang damit klar zu kommen, dass sie auf einmal so die Zweikämpfe suchen und so weiter. Aber klar, mit so einer Last im Rücken von 3-0 und jedes Gegentor bedeutet eigentlich, es ist vorbei, ist es dann halt auch mega schwer. Und auch die Zeitpunkte halt einfach. Als HSV-Fan wäre ich auch maximal angepisst. Im Hinspiel war es natürlich perfekt für uns, weil, wie gesagt, war generell brutale Stimmung. Und du rufst den Hype ja hin und dann mit dem Anstoß hast du quasi den ersten Höhepunkt als Fan. Und sofort nach 40 Sekunden fällt es 1-0, da ist auch das ganze Stadion hinter dir. Und dann halt direkt wirklich auch zweite Halbzeit, 51 und 53 und im Rückspiel in der 48. Das sind halt Zeitpunkte, wo ich als Hamburg-Fan komplett ausflippen würde, wie ich mir nach fünf, sechs und dann drei Minuten nach Halbzeit wieder am Pfiff wieder ein Torf kassieren kann. Das ist auch irgendwie dann eine Form von Schläfrigkeit, die halt nicht funktioniert auf dem Niveau. Ja, absolut. Weißt du? Was glaubt ihr denn? Bleibt Tim weiter? Ja, das ist so eine ähnliche Frage, wollte ich auch gerade stellen. Glaubst fast schon. Irgendwie die Aussagen gehen schon irgendwie in die Richtung. Und das ist ja auch immer die Frage, wenn er nicht bleibt, wen holst du denn dann sonst? Labbadiert. Wer glaubt denn jetzt, ich bin der in der sechsten Saison es hinbekommt beim HSV? Tja, eine Person ist leider nicht mehr verfügbar, habe ich heute gelesen. Ich wollte es eigentlich Nico senden. Ich wollte es eigentlich Nico senden, aber ich wusste, dass er es sowieso gesehen hat. Denn der Florian Kohfeldt wäre ja noch frei gewesen. Aber tja, jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir an Tim Walter festhalten. Ich glaube tatsächlich auch, was kann man jetzt Tim Walter, können wir ja mal so Brainstorming machen, was kann man dem jetzt Positives attestieren? Also er hat auf jeden Fall geschafft, irgendwie so ein gewisses Wir-Gefühl zu erzeugen. Auch nach viermal nicht aufgestiegen, dass irgendwie trotzdem alle dran geglaubt haben und nicht gepfiffen haben und zusammengehalten haben. Er hat irgendwie auch, finde ich, schon auch in der Mannschaft so irgendwas Gewisses ausgelöst. Aber das war es dann vielleicht auch mit Pluspunkten, weil wie ihr beide gerade gesagt habt, ohne jetzt Darmstadt und Heidenheim schlecht reden zu wollen, aber das, also einfacher wird es wahrscheinlich nicht mehr, aufzusteigen. Ich meine, Hamburg hat auch eine Aufstiegssaison gespielt anhand der Punkte. Die haben 66 Punkte geholt. Die letzten fünf Saisons ist das immer mindestens Platz zwei. Das ist auch so eine Saison, wo du halt dann wieder zwei Klubs hast, die einen Punkt mehr haben. Ich glaube, letzte Saison, wo auch der dritte 66 hatte, war, wo wir auch dabei waren, 2016, 2017. Da war ich glaube, wer waren das damals? Ich glaube, Braunschweig auf der drei. Und sonst der Rest, wenn wir damals 2.20 als VfB sind mit 58 auf Platz zwei aufgestiegen. Es hat auch sehr, sehr viel Pech beim HSV dabei. Diese 11 Minuten Nachspielzeit bei Heidenheim, auch sehr viel Drama dabei. Normalerweise mit 66 Punkten steigst du auf. Ja, gut. Das ist auch Psychologie. Da muss man aber tatsächlich ja auch sagen, dass dieses Punktetechnische ist ja dann auch, weil eben so viele Mannschaften auch abgekackt sind. Deswegen war halt für die oberen Mannschaften mehr zu holen. Nürnberg spielt auf einmal total unterperformt. Fürth und Bielefeld sind in die Liga gestartet wie, keine Ahnung was. Das war erst mal Freifahrtschein für viele. Dann hattest du halt Mannschaften dabei, die auch so ein bisschen gebraucht haben. Klar hattest du auch Hype-Mannschaften. Wir haben am Anfang lauter und die waren ja auch lange oben noch mit dabei. Aber klar ist das bitter, wenn man dann auf die letzten Jahre guckt. Das hatten wir auch mal, wo wir, ich glaube, zehn Jahre lang, wir haben halt immer mit so einem Punkteschnitt. Das waren diese einen Saison, wo wir mit Kuse, Rashica und Eggestein noch gespielt haben. Da wären wir eigentlich mit so einem Punkteschnitt immer in die Europa League gekommen. Und genau in dem Jahr halt nicht. Das ist halt immer dann bitter. Aber da muss man halt auch sagen, wir waren ja noch bei Positiven für Walter. Er hat mit, ich glaube, die jüngste Mannschaft der zweiten Liga, 23,7 Jahre, also Jahresdurchschnittsalter, ist schon sehr, sehr jung, eine dann doch eigentlich reife Truppe geformt, die sehr, sehr viele Punkte geholt haben. Das muss man sagen. Das hat er gut gemacht. Mit Sicherheit hat der HSV aber dann doch auch vielleicht die eine oder andere Möglichkeit als ein klassischer Zweitliga-Verein. Das muss man ja auch noch sagen. Wir haben auch immer noch diese ein, zwei, drei Spieler im Kader. Auch Heuer Fernandes ist da wieder, also ist weiterhin geblieben, der ja wirklich schon raussticht, auch aus dem HSV-Kader immer wieder. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, ich hatte mit zwei, drei HSV-Ferns ja geschrieben gehabt und die haben auch so ein bisschen sich besperrt gehabt, dass man viele Spieler auch nicht weiterentwickelt hat. Also die Leistungen, die man gewohnt war, auch von jungen Spielern, die hatten sie, aber dann kam halt auch nicht dieser nächste Schritt. Auch Königsdorfer zum Beispiel haben sich viele gewünscht, dass er mehr eingesetzt wird oder auch fester intrigiert wird da und konnte dann eben nicht den nächsten Schritt machen. Klar hast du dann auch bei vielen jungen Spielern immer mal wieder Spiele dabei, die so sehr aus der Reihe tanzen, einfach aufgrund des Alters natürlich auch. Wir haben natürlich auch einen extremen Ausfall gehabt. Wuskovic, muss jetzt mal gucken, wie man ausspricht. Dopingsperre, das ist natürlich brutal für die auch gewesen. Wäre mit Sicherheit auch ein Faktor gewesen, muss man so sagen. Er ist ja der beste Innenverteidiger der Liga. Genau, also das wäre auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Aber ich glaube, dass man da eben auch sagen muss, ich finde, man ist die Relegation komplett falsch angegangen, also von vornherein nicht gut angegangen. Ich finde auch im zweiten Spiel hast du es dann eben jetzt nicht geschafft. Ich meine, du führst 1-0 im eigenen Stadion. Du musst in dem Moment das Hinspiel weg. Also du führst 1-0 im eigenen Stadion, da ist alles möglich oder du musst dafür sorgen, dass alles möglich gemacht wird. Da muss dann einfach mehr kommen. Da muss das Zweite schneller folgen. Da musst du Gas geben. Und ich finde, dass Walter so ein bisschen von diesem, ich Linien-Coaching gefällt mir von ihm nicht so gut. Ich persönlich finde auch die Interviews von ihm tendenziell fast immer scheiße, aber das ist auch so Geschmackssache. Die einen mögen das mehr, die anderen weniger. Ich finde, dass er sich mit dieser Aussage da, mit diesen, die Leute, die glauben, dass HSV Zweitliga-Verein ist, wüssten nicht, dass wir nächste Saison erste Liga spielen. Hat er sich natürlich so ein bisschen selber ein Eigentor geschossen. Das muss man klarerweise so sagen. Und das bricht halt auch irgendwo dann dagegen. Also sowohl Pro- als auch Gegenargumente gibt es halt irgendwie. Was sagt ihr denn? Als Fan würde mich das auch, also gerade die Aussagen von Walter schon durchaus nerven. Also ich habe länger jetzt keine PKs mehr gehört irgendwie vor Spielen, aber man hat mal die Hamburg-PKs angehört jeweils oder auch nach dem Spiel die Post-Match-Interviews. Also das ist schon, keine Ahnung, eine Art und Weise, sich vor einen Verein zu stellen, die irgendwie fast sogar ein bisschen drüber ist. Also das ist jetzt nach einem Hinspiel oder quasi vor dem Spiel jetzt, übers Hinspiel gesagt, von wegen, wir hatten unsere Szenen und sowas. Und ich habe ja keinen Klassenunterschied gesehen in unserer Geschichten. Und wenn wir da was machen, dann passiert vielleicht mehr. Jungs, das Spiel lief ja am Ende auf einen 4-5-0 raus und der bricht es so, als hätten sie dann einen Punkt holen können. Das ist halt irgendwie auch eine komische Form davon. Gut, seine Aussagen kennen wir auch. Also seine Zeit beim VfB auch jedes Mal gesagt, nach dem Motto, ja, nächste Gegner schlagen wir auch zu Null und sowas. Das ist halt witzig und cool und arrogant, wenn es funktioniert. Zum Beispiel vor dem Derby gesagt, KSC zu Hause schlagen wir zu Null und haben 3-0 gewonnen. Dann war es cool, aber wenn es halt nicht klappt, was ja jetzt schon länger der Fall ist, dann ist das halt einfach nur Federnplatz. Und der hat jetzt auch mal zwei Jahre bekommen. Das ist ja auch untypisch beim HSV. Der hat zwei Jahre bekommen, zweimal Relegation. Da hätte ich nur keine Ahnung, wer es als Trainer machen sollte nach ihm. Und der sagt ja bei der Mannschaft hinter ihm und seine Familie und sowas, vielleicht passt es ja wirklich zusammen. Dann muss man wahrscheinlich nochmal eine Runde gehen mit ihm. Aber wenn es sich irgendein Trainer anbietet, wäre es schon ein Zeitpunkt, wo ich sage, gut, zwei Jahre gehabt. Jetzt versuchen wir was Neues. Ja, man kann natürlich noch den Punkt Konstanz bringen, weil es vorher viele Trainerwechsel gab. Aber Konstanz ist vielleicht dann auch nicht das richtige Wort, wenn man eben zweimal es nicht geschafft hat. Also vielleicht hat man ja letztes Jahr auch überlegt, komm, wir probieren es nochmal. Es war jetzt wirklich denkbar knapp auch gegen Hertha. Und es war eine schwere Saison. Wir hatten Schalke und Bremen dabei und noch andere Aspiranten. Dann versuchen wir es in der vermeintlich einfacheren Saison nochmal. Wir können mit ihm auch noch, wir halten nochmal Spieler wie Glatzel, Reis, Fernandes und Co. Also ja, ist schwierig. Mal gucken, wer dann da nächste Saison noch am Start sein wird. Und trotzdem muss man ja auch sagen, sie sind ja jetzt lange genug da, um auch diesen bereinigenden Prozess durchgeführt zu haben, um eben nicht mehr so eine krass teuren Spieler am Kader zu haben. Sie haben ja trotzdem mit Abstand den höchsten Etat in der zweiten Liga. Ja, ich wollte gerade sagen, im nächsten Saison wird das wahrscheinlich wieder anders sein. Aber die Sache ist halt, ich mag diese Typen auch nicht. Wie gesagt, das ist ja mal ganz witzig, auch vor allem, wenn es dann auch funktioniert. Aber du läufst ja immer auch Gefahr, dass es eben auch nicht funktioniert. Und das ist jetzt wesentlich tiefer, als wenn es dann mal funktioniert. Gerade wenn es dann halt eben immer wieder vorkommt, dass so ein Quatsch dann dabei rumkommt. Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch, und ich sage das wie gesagt, ich würde gerne ein Norddebby auch wieder in der ersten Liga haben. Ich persönlich, wenn sich da ein Trainer anbietet, der das ganze Ding bei neu startet komplett und dann mit dem klaren Ziel aufstieg, das wollen wir, das greifen wir an, würde ich diesen Neustart auch ziehen. Die Frage ist natürlich da auch immer, wer kommt in Frage? Bin ich auch bei euch? Das ist dann wahrscheinlich die erste Frage, die man sich sowieso stellen muss, bevor man überhaupt daran denkt, ihn rauszuschmeißen. Aber du musst natürlich irgendwo immer entgegenstellen. Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, guck mal, du hast jetzt die Situation weiter, ist zweimal in die Relegation gekommen, hat zweimal verkackt. So, das heißt, offensichtlich gegen Erstligamannschaften hat er sich vercoacht. So, was würde passieren, wenn er in die Saison es vielleicht schafft, aufzusteigen, aber dann in der ersten Liga spätestens fliegt er, sage ich, hundertprozentig. Ja. So, und da finde ich auch dieses Coaching, was er dann eben auch betreibt, finde ich persönlich eben nicht gut. Oder da müsstest du eigentlich anders auftreten. Auch eben, wenn du da noch Einzelspieler hast, die diesen Mehrwert haben oder diese Qualität mit sich bringen, musst du eigentlich die Situation anders angehen. Und da ist halt die Frage dann, wer würde in Frage kommen, ne? Wir haben im Chat hier Titz gelesen. Da haben sie damals auch so ein bisschen fraglichen lassen, weil sie den vielleicht von Magdeburg losreißen können. Der ist sehr erfolgreich mit Magdeburg. Weiß aber Bock hat. Vielleicht ist der auch selber von der ganzen Aktion damals noch etwas genervt. Tja. Ich denke, der Trainer magt. Labbadia, ne? Labbadia, magert. Hier, den hat Thiele für Hertha vorgeschlagen. Den finde ich ja mega interessant. Ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm, aber der Trainer von Freiburg 2. Vielleicht über den mal Gedanken machen. Thomas Stamm. Ist ja klar auch eine gute Nachwuchsarbeit, aber ist ja auch eine beachtliche Leistung, am Ende auf dem Aufstiegsplatz zu landen mit einer 2. Mannschaft in der 3. Liga. Der hätte sicherlich auch Interesse, sowas zu machen, weil es für den dann halt der Sprung in eine 1. Mannschaft wäre, die um Aufstieg mitspielt. Wenn er es gut macht, kann er sogar 1. Liga-Trainer mit der Mannschaft sein. So einen Trainer müssen sie sich halt Gedanken drüber machen, weil diese ganzen Trainer, die immer nur im Karussell sind, ich glaube, die würden dem HSV auch nicht weiterbringen. Ne. Aber lasst uns mal festlegen. Was sagt ihr denn? Einmal glaubt ihr, der HSV macht weiter mit Walter und würdet ihr selber mit ihm weitermachen? Ich sage, er macht weiter. Und ich glaube, ich würde mit ihm weitermachen. Tatsächlich. Super auch gefühlmäßig. Ich glaube, also wenn ich jetzt, ich hätte eigentlich gedacht, dass er gehen muss, aber nach den ganzen Sachen in der Presse, die ich jetzt so gelesen habe heute, glaube ich, irgendwie deshalb bleibt. Und ich würde tatsächlich wirklich jetzt in so einer Saison, die weiß man ja nicht, wie gut Hertha, wenn Hertha überhaupt die Lizenz bekommt, gut sein wird, wie gut Schalke sein wird. Ich würde es tatsächlich mit jemand Neuem probieren. Also ich persönlich glaube, dass der HSV weitermacht mit Walter. Aber ich würde es definitiv mit jemand Neues probieren. Klar, Trainer mag wirklich durchforschen, wer steht da zur Verfügung und alles. Aber ich glaube nicht, dass man mit Walter das so weiter schafft. Auch nach diesem Verlauf jetzt ist schon sehr bitter. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der HSV weitermachen wird, weil einfach da, die können halt viele Argumente dafür nennen. Wie gesagt, Jungster Kader, Buscovic, zweimal Relegation. Das ist ja alles auch nicht so verkehrt. Aber ich glaube, dass der auf jeden Fall mal schwer angezählt ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, nächste Saison, ich kann es mir nicht vorstellen. Es sei denn natürlich, Hertha und Schalke erwischen schlechten Start. Wenn sowas dann passiert, wie jetzt mit Bielefeld oder Fürth. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Das ist ja eigentlich auch so, wenn Hertha die Lizenz gar nicht bekommt, dann steigt Bielefeld gar nicht ab, oder? Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ich meine, dann steigt Bielefeld gar nicht ab. Irgendwie sowas war da. Ja. Aber das wird ja nicht passieren. Nee, nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, dass ihr die Lizenz bekommt. Aber ich meine nur mal, ich hatte das nämlich irgendwo in der Zusammenfassung vom Zweitligaspieltag, haben die das nämlich gesagt, könnte sich noch ändern, wenn Hertha die Lizenz nicht bekommt. Und ich dachte so, hä? Ach krass, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Dann gibt es einen Absteiger weniger, ja? Sozusagen. Okay. Ja, gut. Ich habe mal geschaut nach freien Trainern. Rüd van Nistelrooy. Der war doch beim HSV. Rüd. Genau deswegen. Der war eigentlich echt nicht schlecht unterwegs da bei der Paceway, aber in irgendwelchen Gründen rausgeflogen. Das wäre so ein Raul-Ding und sowas, weil Schalke immer irgendwie kurz in Gerüchten waren und so. Ja, Raul. Aber geht der zum HSV in die zwei Zweitliga? Nee, 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 aber das war immer ein witziger Name, der mir gerade aufgefallen ist, weil der Freiträder, das ist neben so Typhoon Korkut und Joachim Löws, war das dann schon ein Name. Typhoon Korkut, ey. Der ist auch noch frei, tatsächlich. Aber oder Sie fragen uns nochmal, der biedert sich ja sehr an im TV mit Magath. Ja, ich meine Hamburg, warum nicht? Dann muss Jonas Bolt aber wahrscheinlich auch gehen, wenn der kommt. Heißt der Jonas? Bolt. Ich glaube schon, ja. Der soll ja wohl auch weitermachen, ne? Jetzt hat auch die Frage, wie groß das Support von den Fans ist für Walter, weil der kann ja noch so oft sagen, wie was für eine Familie es sind im Team und so. Aber danach musst du ja auch so ein bisschen gucken, wie schnell die Zündchen oder reißen, wenn du in der nächsten Saison nach drei Spielen irgendwie noch bei zwei Punkten stehst oder so. Also der geht sehr schwer angezählt. Wenn er einen schlechten Saisonstart hat, könnte der der Erste sein, der fliegt. Ja. Ja, absolut. Oh ja, Frank Kramer, stimmt, ja. Frank Kramer wäre auch eine super Alternative. Frank Kramer ist Welt, auf jeden Fall. Dann ist der der Erste, der fliegt. Da legen Nico und ich schon mal fest. Hat Slomka noch mal Bock? Slomka war eigentlich, ich weiß gar nicht, warum der so irgendwann in der Versenkung verschwunden ist. Zeitweise war der eigentlich gar nicht so schlecht als Trainer. Darum dann bei Hannover diese krasse Euroleague-Saison gemacht. Ja. Carlos Tevez war irgendwo Trainer. Ach du Scheiße. Okay. Oder hier aus Jakarta, Thomas Doll. Mhm. Geil. Der lebt doch sein Good Life in Jakarta gerade. Gramotzes. Oh, Gramotzes. Ja, ne, danke dir mal lieber. Man muss ja so ein bisschen diesen, wer schafft denn den Aufstieg? Man muss ja so ein bisschen auf eine Zweitliga-Geschichte gucken. Ja. Aber Gramotzes könnte sogar ein Name sein, der dann gehandelt wird. Ja, glaube ich auch. Bei Zweitliga-Darmstweiler, okay. Ach Gott, Markus Weinzel ist ja auch noch frei. Oh ja. Den habe ich schon komplett wieder irgendwo hingesteckt und abgeschlossen und Schlüssel weg. Also ganz ehrlich, wenn sie auch so eine junge Mannschaft haben, würde ich, ich fand den sowieso schon für mich interessant bei Hertha, weil ich dachte, naja, der wird mit jungen Spielern umgehen können, der ist noch heiß, der hat krasse Referenzen jetzt in der dritten Liga gehabt. Ich würde diesen Thomas Stamm das probieren, wenn die weiterhin so eine junge Mannschaft bleiben, die mal weiterentwickeln wollen, die Spieler, die sie haben, die jungen, dann würde ich so einem Trainertyp mal die Chance geben. Kann ja auch aus dem Ausland kommen, kann ja auch Österreich, Schweiz, was weiß ich sein, aber irgendeinen, der auch auf junge Spieler setzt, der vielleicht noch gar nicht so ein Name ist. Das ist ja auch das Ding beim HSV, du hattest ja schon alles. Als sie abgestiegen sind, die hatten halt Tits, dann haben sie irgendwann entlassen, dann kam unser Hannes Wolf, der ist mit uns geschafft, hat das bei Hamburg nicht geschafft. Dann hatten sie Hacking, dann hatten sie Tune und dann, glaube ich, für ein, zwei Spiele rubbelisch am Ende und jetzt eben zwei Jahre lang weiter. Die hatten ja gefühlt schon jeden Stil, ein Erfahrener mit Hacking, einer aus der eigenen Jugend mit einem Hitz, einer, der das eigentlich mal konnte oder kann, auch ein Jungspieler mit einem Wolf. Tune auch in die Richtung, Walter sowieso. Also, ein Name, der echt interessant ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch eine Nummer zu groß ist oder wie sie da die Nürnberg-Zeit bewerten, der hier auf die Liste kommt, ist Robert Klaus. Ja. Der war doch eigentlich gar nicht so scheiße bei Nürnberg, zumindest eine Zeit lang nicht. Vor allem, wenn man jetzt die Saison im Gesamtverlauf sieht, weiß man gar nicht, ob es so viel schlechter mit ihm gelaufen wäre. Ist immer hypothetisch natürlich, aber ist ja auch nicht viel besser geworden. Ja. Der ist auch noch sehr jung, 50 oder so. 38 tatsächlich. 38 sogar, ja. Das ist schon krass. Diese Hacking-Aktion da irgendwie als Interimstrainer. Jetzt haben sie ja auch, glaube ich, einen aus der hier viel hochgeholt, aus U23. Nürnberg wird auch interessant. Ja. Dass er wieder ein bisschen höher geht. Ja, das würde interessant werden. Sonst, also, der Trainermarkt ist echt wieder so ein Thema, ey. HSV steht auf jeden Fall vor einer riesen Entscheidung. Vor allen Dingen vor einer sehr, sehr schweren Saison. Jetzt stellt euch echt mal, das darf man sich gar nicht vorstellen. Wenn jetzt Hertha und Schalke von Anfang an durchstarten, dann wird da gar nichts bekommen. Plus, wie gesagt, da gibt es ja auch so Vereine, die ja immer mal mitspielen. Düsseldorf oder wenn Hannover sich wieder fängt. Nürnberg war jetzt auch eine Quatsch-Saison, aber mal gucken. Paderborn, genau. Paderborn kommt auch sehr darauf an, wen die alles gehalten bekommen. Schallenberg, Muslia und so. Das wird schon, das wird sehr interessant sein. Und vor allem bisher kann der HSV wenigstens auch noch vorweisen, jedes Jahr halt mitgekämpft zu haben. Dreimal Vierter, zweimal Dritter. Jetzt lass den HSV mal irgendwann eine Saison spielen, wo sie Neunter werden. Ja, ja, das ist es ja. Und dann bist du halt wirklich, dann bist du halt wirklich irgendwann nicht mehr dieser Aufstiegsaspirant, der es halt seit ein paar Jahren nicht hinbekommt, sondern bist du, dann bist du wirklich endgültig auf Papier ein zweitiges. Wenn du irgendwann eine Saison hast, wo du halt nicht oben mit rumkämpfst. Und da habe ich irgendwie die Befügung, dass das irgendwann passieren könnte. Einfach, weil es irgendwann eintreten muss. Du kannst ja nicht acht Jahre am Stück Vierter oder Dritter werden. Irgendwann wird mal so eine Ausreisesaison passieren. Und da ist die Frage, wie sie darauf reagieren dann. Absolut. Was dann aus dem HSV wird. Tja, das ist der große Unbus. Also die müssen eigentlich in die erste Liga, sehe ich ja genauso. Jetzt in der nächsten Saison natürlich nicht. Aber, also übernächste Saison, weil da wollen wir ja dann wieder hoch. Aber gehört natürlich in die erste Liga. Ja, ich habe jetzt auch gelesen in der Bild, dass es sein könnte, dass Kühne nochmal ordentlich Geld reinpumpt. Ist dann die Frage, beim fünften Jahr zweite Liga, selbst wenn er Geld reinpumpt, wie viel Geld ist dann übrig für ein Etat? Oder ist es eher so, dass man sagt, man muss Geld reinpumpen, um überhaupt noch groß konkurrenzfähig zu bleiben und so einen Etat zu halten, wie man ihn jetzt hatte? Ja, ich kann ja im Kopf den Kühne. Die können ja froh sein, dass das noch ein Thema ist, also eine Option ist. Das haben halt auch die meisten Zweitligisten halt eben nicht. Da sind wir wieder bei dem Punkt auch. Aber, ja, lass uns noch, erinnert mich mal gleich dran unbedingt, dass wir gleich noch über Tell sprechen müssen. Tell? Ja, Mathis Tell, müsst ihr unbedingt gleich über die News noch sprechen. Aber vorher noch, Felix, wir haben vorhin in unserem Transfer-Update-Video über Reis und Glatze gesprochen. Haben wir beide eine Ausstiegsklausel. Reis kann für siebeneinhalb Millionen gehen, Glatze für eineinhalb. Glaubst du, zwei Fragen. Zum einen, glaubst du, die könnten in der Bundesliga auch jetzt diesen Wechsel machen? Wo würdest du die sehen? Und glaubst du, die zieht jemand, die Ausstiegsklausel? Also bei Glatze vielleicht nochmal eher mit anderthalb Millionen als bei Dings. Aber kannst ja gerne mal so deine Einschätzung geben. Also Reis ist, glaub ich, zu hoch, die siebeneinhalb. Weil es ist dann irgendwo ein Regal bei Clubs, die ganz oben mitspielen, die sowas leisten können oder leisten wollen. Wahrscheinlich können sie das Union oder sowas zum Beispiel leisten, aber sie sowas leisten wollen, ist immer die Frage bei sowas. Wenn es siebeneinhalb sind. Aber sonst, der Mann ist ja auch nur 23. Da ist vielleicht auch sowas, wie hieß denn der Kollege damals, so ein Dorsch-Move, so ein Augsburg-Move in die Richtung, so das Kaliber. Ich glaub, Glatze war, glaub ich, sogar bei euch als Gerüchte mal hier und da, da, irgendwie vielleicht als Füllkrug-Ersatz oder als Ergänzung. Die Ausstiegslose ist ja quasi nix. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch was für ein Erstligisten-Aufsteiger. Ich weiß nicht, wie Darmstadt und Heidenheim da planen. Die haben Kleindienst zum Beispiel. Bei Darmstadt habe ich gar keine Ahnung, ob die vielleicht einen Stürmer brauchen könnten. Oder halt ein Team, das unten mitspielt. Also wir zum Beispiel. Union, ja. Ich meine, die wollen jetzt Michel abgeben, ne? Dann kommt Glatze für anderthalb Millionen und trifft dann eine Champions League gegen Real Madrid. Das war dann so ein Behrens-Move. Also da kann ich mich auch stundenlang drüber unterhalten, was das soll, dass sie mit so Transfers noch funktionieren. Das ist ein anderes Thema. Bei Augsburg zum Beispiel, ja, stimmt. Die wären so welche, die könnten auch siebeneinhalb Millionen zahlen, wenn sie ihn wirklich wollen für Reis. Aber die haben ja jetzt Engels, Meier und Dorsch eigentlich so viel. Ja, die haben eigentlich genug. Mainz ist doch gerade aktiv am Suchen nach Mittelfeld mit Serdar, mit Klaus. Aber den war Serdar mit vier Millionen schon zu teuer. Also glaube ich eher nicht, dass sie sieben. Vielleicht kannst du verhandeln. Vielleicht kannst du verhandeln, statt in siebeneinhalb. Aber sonst schwierig. Bin jetzt nicht so tief in den ganzen Kadern, wer da jetzt brauchen könnte. Für deutlich weniger Geld, glaube ich, würden den viele nehmen. Die Sache ist halt nur, diese siebeneinhalb Millionen Ausstiegsklausel, die wird, glaube ich, keiner ziehen. Zumindest keiner aus der Bundesliga. Wenn jemand dann aus dem Ausland kommt, eventuell, wie gesagt, Niederlande, dann müsste es aber top für einen. Ajax sucht er sowieso immer. Die lassen ja Grillets Vertrag wahrscheinlich auslaufen, so wie es aussieht. Das heißt, der wäre übrigens auch wieder ablösefrei auf dem Markt und der wird in der Bundesliga sehr heiß sein. Vor allem, weil er ja letztens erst ein Interview gegeben hat, dass er sich da gut vorstellen kann, die Bundesliga zurückzukehren. Und ich glaube nicht, dass die oberen Adressaten da anklopfen werden. Das ist Grillets auch ein spannendes Thema. Aber Ajax ist so ein Klub, wo ich sagen würde, da wären auch diese siebeneinhalb Millionen jetzt nicht das größte Hindernis. Also das könnte man eventuell. Der kommt ja aus Spanien, vielleicht auch der Liga. Der kommt ja aus der Barca-Jugend, vielleicht auch der Liga interessant für ihn. Ja, aber er ist ja Holländer, ne? Also er ist ja Niederländer. Und bei Klatzel, ich bin gerade die Tabelle angeschaut, Bochum vielleicht? Oder sind die zufrieden im Sturm? Wir haben auch so in dieser Kategorie gesprochen, ne? Ja, die haben wir allen, ja. Wirklich anderthalb Millionen, das ist ja quasi nix, ne? Das könnte auch für Darmstadt, je nachdem, ne? Also je nachdem, was auch passiert. Bei Darmstadt bin ich echt nicht drin. Heidnam hat ja Kleindienst, aber Darmstadt vielleicht. Wenn Kleindienst denn bleibt, ne? Das ist dann auch wieder so ein Thema. Ja, also ich würde ihm schon ans Herz legen. Na, Darmstadt hat ja diesen Tietz, oder wie der heißt. Ja. Aber, klar. Ich will eigentlich Pfeiffer zurück verticken an Darmstadt. Also Glatze darf da eigentlich nicht rein. Na, dann geht, äh, dann machen wir es so. Glatze geht zu Darmstadt und, ähm, Pfeiffer, Luca Pfeiffer geht zum HSV. Genau. Auch in Ordnung. Und der wird da treffen. Zweite Liga wird über den Laufen. Wir nehmen noch Milot und Führlich. Wenn wir schon dabei sind, schieben wir einfach weiter. Das würde aber ein bisschen teuer. Ne, ich meine einfach weiterschieben, nicht bezahlen. Achso, achso. Wir machen hier einen Domino-Effekt. Ja, wenn schon, denn schon. Also das ist ja klar. Oder freut sich irgendein Drittligisten so dann irgendwann, ne? Wenn es so weiter runterrutscht. Ja. Ja, hier, äh, Domino-Effekt werden wir sowieso später noch drüber sprechen. Dieses Benzema-Thema wird noch ein Domino-Effekt werden. Ähm, Thema Mittelstörber vor allen Dingen. Ähm, ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vielen lieben Dank. Ich wollte gerade ein Abo verschenken. Mua, Kuss geht raus. Ja, äh, Glatze, aber, also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der nächsten Saison in der ersten Liga sind. Es wäre ohne Scheiß so ein Union-Transfer. Irgendwo schon, ne? Es ist so günstig. Ja, anderthalb Millionen. Er ist nicht mehr so jung, hat schon Bundesliga gespielt, aber nicht jetzt gerade die größten Spuren hinterlassen und rastet komplett aus. Ja. Und er könnte dann da wieder nochmal so ein Super-Upgrade irgendwie werden, ne? Weil Union macht ja aus Scheiße Gold gefühlt. Ja. Das, äh, anderthalb Millionen ist, wie gesagt, das ist halt kein Hindernis, ne? Also, wenn jemand wirklich einen Mittelstürmer da sucht, deswegen wurde ja Bremen auch genannt. Überleg mal, wenn Völko geht, jetzt mal eingenommen 20 Millionen kriegst du und holst für anderthalb Millionen einen Ersatz, das ist halt ein Witz. Aber, ich habe ja schon mal gesagt, ich selber würde ihn nicht gerne in Bremen sehen. Hat auch nichts mit HSV oder so jetzt zu tun. Ich finde da einfach andere Kaniaten interessanter auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, ne? Aber auch bei den, sorry, auch bei den, ähm, Aufsteigern kann ja, ähm, dieses Transferkarussell wie mit Benzema losgeheizt werden. Wenn eben ein Kleindienst irgendwo hin wechselt, dann brauchen die wieder jemanden. Oder anders, es wechselt irgendwo anders ein Stürmer hin, dann wechselt Kleindienst da hin und so weiter und so fort. Also das ist ja so früh in der Phase auch schwer, also 1,5 Millionen, eigentlich würde es mich sogar sehr wundern, wenn er noch eine Saison mit Umaufstieg beim HSV spielt. Dann wäre er eigentlich auch, muss man sagen, ähm, ja, ziemliches HSV-Herz, würde er dann beweisen. Absolut, wäre er wahrscheinlich direkt Fernliebling gefühlt. Ja. Das, äh, muss man vielmehr festhalten. Was sagt ihr aber denn bei Reis, falls man den abgibt ohne Ausstiegsklausel? Also wenn man ihn drunter abgibt? Bundesliga? Dann frage ich mich, warum, ob der HSV es überhaupt macht. Weil wenn die jetzt irgendwie 3, 4 Millionen kriegen, dann sagen sie vielleicht... Ja, die können den halten, also so von... Wenn die jetzt nochmal Geld kriegen, ich meine, das ist ja schon ein essentieller Spieler für sie, der auch noch jung ist und falls man irgendwann den Aufstieg schaffen sollte, auch relativ gut verkauft werden könnte. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, um den herum bauen sie eine Mannschaft und bei 4 Millionen kann man Nein sagen, bei 6, 7 Millionen kann man dann wahrscheinlich nicht nicht Nein sagen. Ja. Ja, schwierig. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. HSV, wir bleiben auf jeden Fall mal dran. Mal gucken, was da jetzt so die nächsten Tage geht. Ich glaube, dass wir da sowieso bald auch mal eine News kriegen werden. Bevor wir gleich rübergehen und über Stuttgart-Transfers reden. Wie gesagt, vielleicht haben wir ja auch eine Liste an interessanten Kandidaten. Da müssen wir uns gleich am Tisch dran setzen, natürlich. Aber tatsächlich hatte ich es letztens ja noch, auf meinem Kandidaten habe ich vorgeschlagen gehabt. Letztens ist es ein bisschen übertrieben. Das ist ungefähr ein Monat her. Da habe ich damals ein Video gemacht. Ich habe ja auch so ein Transferformat, wo ich immer sage, einer für Werder. Also einfach so als Vorschlag, ohne Gerüche oder sonst was. Und habe damals gesagt, falls Bayern dazu bereit wäre, Matthias Tell in der Liga zu verleihen, wäre das natürlich so ein super Gau-Ding. Also absolutes Win-Win-Ding, weil wenn Bayern ja Tell verleiht, dann geht es ja in erster Linie auch um Spielpraxis, nicht um Gehaltszahlen oder sonst was. Das heißt, natürlich kommen auch viele Klubs infrage, die vielleicht finanziell sich sie niemals leisten könnten, ihm aber diese Spielzeit gewähren könnten und das vielleicht dann auf Erstliga-Niveau. Also das heißt, Bundesliga könnte da auch interessant werden. Und jetzt kam gestern erst ein Artikel raus über Matthias Tell, dass nach Salihamidzic Abgang jetzt doch die Option wieder besteht, ihn zu verleihen. Und jetzt wurde vor 20 Minuten erst ein neuer Artikel rein, der auch geschrieben hat, Matthias Tell vielleicht auch in der Bundesliga, also innerhalb der Bundesliga zu verleihen. Das ist natürlich eine sehr spannende Personalie, weil da müssen wir auch mal drüber sprechen, was für Vereine kommen denn laut euch, laut mir überhaupt in Frage. Ich muss mich gleich kurz bedanken beim Chat noch. Kurz in Frage, wo würdet ihr ihn sehen? Was ist realistisch? Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal kurz drüber sprechen. Aber erst mal ein Drachenseele. Zehn Subs reingehauen. Knutscher, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Wer möchte beginnen? Das ist ja ein super spannendes Thema. Ja, also würdest du den gleich gerne bei Werder haben? Oder warum prädiktest du das hier? Ich bin schon am Schwitzen. Also ich bin bei so einer Vorstellung. Also man muss dazu eine Sache sagen, warum ich den auch damals so vorgeschlagen hatte. In der Saison, wo wir abgestiegen sind, also bevor wir praktisch abgestiegen sind, hat damals, ich glaube Rummenigge war es, hat in einem Interview gesagt gehabt, hat über gute Leihadressen geredet. Er hat gesagt, Werder Bremen ist halt immer eine gute Leihadresse, um halt Spieler auch aufzubauen und so weiter. Wir haben Laste Mai erst letzte Saison in der Zweitligasaison ja auch. Klar, der hat vorher bei Darmstadt gespielt, aber Vertrag war bei Bayern. Also die Verhandlung musst du mit München führen. Haben wir ausgeliehen gehabt. Wir hätten Saprit Singh geholt gehabt. Wir hätten, ich bin schon völlig durcheinander bei Tell. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Gnabry, so Gnabry, damals auch den Deal gehabt mit Bayern. Wir haben Marco Friedl geholt. Bayern aus Laie, dann aber doch fest verpflichtet. Also die Verbindung von Bremen zu Bayern und dann auch per Laie, so ein Thema, ist schon da. Also grundsätzlich. Aber natürlich ist Bremen mit Sicherheit nicht der einzige Kandidat. Das wären sämtliche. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage ist nur, wo würdet ihr ihn sehen? Was findet ihr so als heißen Kandidaten? Ich finde die Schwierigkeit immer bei so Spielern, die nur ein bisschen Spielzeit bekommen haben bei Bayern, ist einzuschätzen, wie funktionieren die in einer Mannschaft, die deutlich geringere individuelle Qualität hat, gerade im Sturm. Also bestes Beispiel Joshua Zirkzee zum Beispiel. Der hat in der dritten Liga eigentlich gar nicht funktioniert bei Bayern. Hat dann in der Bundesliga als Joker echt oft gefallen und auch ganz gut ausgesehen und auch mal ein paar Mal geknipst. Aber dann ist der Marktwert direkt in die Höhe geschossen. Und gut, in Belgien hat er dann auch noch mal ganz gut getroffen, aber das ist ja auch noch mal ein anderes Niveau. Aber wo ist er jetzt? Irgendwo in Italien. So richtig durchgestartet ist er danach auch nicht. Ich glaube schon, dass Tell mehr Talent hat. Ist er auch noch deutlich jünger, aber ist für mich schwer einzuschätzen. Ist er jetzt einer, den ich nach Bremen ausleihen würde, wo er dann auch Stammspieler ist, weil er sich durchsetzen kann und dann eine Verstärkung sein kann? Oder ist er jemand, den du zu so einer Leihadresse wie damals Toni Kroos nach Leverkusen geben kannst für zwei Jahre und der da dann spielt mit internationalem Geschäft, mit gutem Umfeld um sich rum, also was die Mitspieler angeht? Oder ist sowas wie Gladbach eine Lösung, die ja auch Sturm jemanden suchen? Aber bei Gladbach, wenn die jetzt so einen Neuumbruch machen, glaube ich irgendwie nicht, dass die einen Spieler leihen ohne Kaufoption, sondern dass sie dann irgendwie so richtig die Zukunft aufbauen wollen. Also die drei Klubs Werder, Gladbach und Leverkusen werden mir da so eingefallen. Ansonsten wüsste ich jetzt auf dem ersten Drücker nicht, was da so ein gutes Match wäre. Muss ja auch ansatzweise, muss ja nicht das gesamte Gehalt sein, aber ein bisschen vom Gehalt muss man ja da auch zahlen können. Ja, wobei das bei Bayern-Transfers, also Leihgeschäften, immer gering ausfällt, sage ich mal. Aber Felix, sag mal. Ich scrolle gerade auch so ein bisschen planlos durch die Tabette durch. Es muss ja ein Klub sein, der den quasi für eine Saison ohne Aussicht auf irgendwas weiteres, also schon angesprochen, Kaufoptionen, die den mit Kurshandeln für ein Jahr. Wer auch vorne jemanden braucht, schwierig. Tatsächlich, wenn ich Transfermarkt.de aufmache, ist jetzt keine Prozentser dabei und sowas, aber das Einzige, was zu Tell steht, ist hier direkt quasi auf dem Homescreen, ist Augsburg als Interessent. Ja, ich glaube, das kann man eben erst rein. Die hängen irgendwie immer an sowas, bei so Geschichten. Hat nicht irgendjemand, könnte die nochmal kurz reinschreiben. Der hat eigentlich auch genug vorne Augsburg im Sturm. Ja, aber die wollen das ja auch schon abgeben, oder? Ja, wenn, dann. Ja, dann schon. Dann doppisch. Das ist halt auch die Frage, an was für Niveau verleihen die sowas an Darmstadt? Nee. Nee. Du willst ja auch ein gewisses Niveau haben, irgendwie um Europa mitspielen. Das ist die Frage, braucht den Frankfurt, Leverkusen, Freiburg, braucht da irgendwer, oder nimmt da irgendwer Tell? Frankfurt, wie gesagt, auch da wieder Thema gekauft, sondern vielleicht nehmen sie den, sollte Moani gehen. Da ist er wahrscheinlich vielleicht aber eher als zweiten Sturm, weil ich glaube, Frankfurt wird sich einen sicheren Ersatz dann holen, den sie auch unter Vertrag haben bei sich, wenn Moani gehen sollte. Aber jetzt so als Ergänzung. Die Leverkusen sind eigentlich gut bedient vorne drin. Ich sehe so jemanden irgendwie bei Freiburg und Union überhaupt nicht. Und Leipzig sind dann wieder zu viele Konkurrenten, hat auch zu viele gute Spieler dort und sowieso da oben. Wolfsburg, und irgendwie, ohne die Vereine da angehen zu wollen, aber Mainz ist für mich, wirkt für mich auch nicht wie ein Klub, der irgendwie einen Tell bekommt, dann per Leihe. Also Gladbach ist vielleicht echt keine schlechte Adresse. Und dann ab Köln geht es auch so ein bisschen tiefer. Hoffenheim würde ich vielleicht auch gar nicht 100 Prozent abschreiben. Die hatten ja auch mal Knabry dabei und auch öfter Leihspieler auch von größeren Klubs, hier aus Tottenham und sowas. Allerbar hatten sie auch mal damals, ne? Ja. Ja, dieser, der eine da von Tottenham, der eine von Arsenal, die hatten schon immer mal wieder so ein paar größere Klubs quasi als Leihverein genommen und haben wir, glaube ich, auch jetzt vorne nicht unbedingt jemanden, der krass auf Zukunft geht. Grammatisch wird ja auch immer älter. Vielleicht jemand, der in so eine Rolle wie ein Rütter oder Rüther einen reinrutschen könnte. Also Hoffenheim fände ich vielleicht auch gar nicht so interessant. Wenn sie eben wieder besser performen, also auf Platz 12 fände sie nicht dahin verleihen. Also ich sage euch ehrlich, erstmal, glaube ich, Leverkusen damals, wäre ich dabei. Leverkusen heute, sage ich auf keinen Fall, weil die werden für Bayern keine Spieler mehr weiterentwickeln. Die haben so ein Anti-Bayern-Ding. Die lassen ja auch keine Spieler dahin gehen. Also die sagen sogar, freiwillig nehmen die lieber weniger Geld, dann aber ins Ausland, anstatt zu Bayern. Bei Vidal war das ja damals richtig geil, wo das dann da alles rauskam. und Havertz auch. Also Havertz haben die damals ja auch gesagt, geh, wohin du willst. Werd glücklich, aber zu Bayern darfst du nicht. Und das ist, also das werden die nicht machen. Spieler noch für Bayern weiterentwickeln. Deswegen wäre Leverkusen für mich da raus. Frankfurt, wenn Mohani geht, haben die genug Geld, um einen festen Ersatz zu holen. Deswegen ist Tell eigentlich da auch raus. Freiburg glaube ich nicht, dass die sich auf so ein Leihgeschäft, sage ich mal, dann einlassen. Also den dann da irgendwie für Bayern ausbilden. Bei Union bin ich voll bei dir, auch bei was du gerade gesagt hast, da sehe ich ihn einfach nicht. Auch so von der, dieses Kämpfer-Mentalität-Dings. Weißt du, wie oft haben wir darüber geredet, wie Union spielt. Das ist so, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Dann eher wirklich Augsburg, sehe ich auch sogar heiß im Rennen, wenn wirklich, hier hat auch gerade eben jemand reingeschrieben, liebe Rüste gehen raus an, Kirsch, eins, hat reingeschrieben, Lautsportbild will Augsburg ihn sogar. Also das wäre gar nicht so verwunderlich, ohne jetzt da irgendwie auf Quelle, wie seriös ist das? Das ist jetzt ja vollkommen irrelevant, weil wenn Augsburg Berichter abgibt und die haben den ja günstig, guck mal, was ist das für ein Deal, wenn die den so günstig geschossen haben, dann jetzt teurer weiterverkaufen können, Zell ausleihen können, vielleicht sogar für ein Jahr plus Option auf ein weiteres oder so, wäre das so ein Augsburg-Ding, was natürlich interessant wäre. Für Werder könnte das eben auch sehr interessant sein, weil wir können uns keine Spieler von diesem Format leisten. Das ist halt völlig ausgeschlossen und deswegen wäre es halt, um erstmal einen qualitativen Ersatz auch noch mitzuhaben und weil wir im Sturm eh viel machen müssen, also wenn halt, nehmen wir mal an, jetzt Völkug und Durchgehen, dann wird da eine riesen Baustelle aufgemacht, dann kann sowas natürlich funktionieren, dass du sagst, okay, einen Spieler kaufen wir, weil wir das Geld haben, um da jemanden fest zu verpflichten, sagen wir jetzt Durchsch und Völkug gehen und einleihen wir uns eben, um diese Qualität trotzdem reinzuholen, dann wäre das so ein Szenario, wo ich Tell auch durchaus gerne, natürlich auch, weil wer da sehen wollen würde, weil ich glaube, wenn der wirklich viel Spielzeit bekommt in der Bundesliga, der wird so abrasieren. Man hört ja auch von vielen Bayern-Fans, dass sie es denn gerne mehr gewünscht hätten in der Startelf. Es ist aber die Situation ja auch, Bayern wird mit Sicherheit einen Stammstürmer kaufen, also das ist ja fast ganz klar schon und dann ist es für Tell noch schwieriger. Schuppe Muttingen hat man verlängert, der ist zumindest als Backup nächste Saison noch da. Was hat dann Tell nächste Saison für eine Rolle? Und deswegen fand ich das von Anfang an nicht abwegig. Viele haben vor einem Monat noch gesagt, warum sollen die den Verleih und sonst was? Tanja Amicic hat sich dazu auch geäußert gehabt, aber viele Experten haben immer wieder auch betont, dass sie sich das gut vorstellen könnten. Ich habe auch gesagt, also grundsätzlich, Spielpraxis für Bayern ist doch perfekt. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 18 geworden oder so? Oder wird 18? Das ist halt saujung noch. Selbst wenn du den zwei Jahre verlässt, überlegt euch das mal. Und der spielt zwei Jahre wirklich durch in der ersten Liga, dann kriegen ihn 20-Jährigen zurück. 20. Das ist immer noch brutal jung. Also aus Bayern-Sicht kann ich mir sowas extrem gut vorstellen, dass das dann auch wird. Wie gesagt, Artikel kam ja auch gestern erst dazu. Hier nach Salihamidzic Abgang FC Bayern Insight hat das sogar gepostet gerade. Nach Salihamidzic Abgang Tell Leih ist erneut ein Thema bei Bayern und Ran hat jetzt vor 25 Minuten, kann natürlich sein, dass sie sich darauf auf den Sportbild-Artikel bezogen haben, geschrieben, FC Bayern Transfers und News wird Matthias Tell innerhalb der Bundesliga verliehen. Also das Thema ist auf jeden Fall brandaktuell, das kann man auf jeden Fall mal sagen und mit Sicherheit interessant für einige Klubs, gerade in der Bundesliga. Ab nach Heidnern. Kleindienst verkaufen und Tell Leih. Das ist eigentlich krass, dass alle, haben ja wirklich viele gefordert, Journalisten und Fans bei Bayern, dass er trotz dieser Saison, wo ihn ja ein Stürmer gefehlt hat, offensichtlich und die echt viele Sachen dann auch mal mit Mané und so in der Zentrale ausprobiert haben. Gut, er ist halt auch extrem jung, aber er hat es weder bei Nagelsmann noch bei Tuchel geschafft, da auf die Spielzeit zu kommen, aber es kann auch, wie gesagt, am Alter liegen. Aber die haben es auch immer wieder begründet, die waren immer wieder diesen Fragen ausgesetzt, ja, warum spielt er denn nicht? Und dann hat er gesagt, naja, was hat er denn jetzt groß gemacht, als er gespielt hat in den paar Minuten? Hat Tuchel mal genauso gesagt, weil ihn das schon genervt hat, dass er darauf immer angesprochen wurde. Ich glaube auch, so eine Zwei-Jahres-Laie ist dann auch wieder, weil wirklich Laien ohne Kaufoption ist halt wirklich nicht so mega attraktiv und wie ihr schon gesagt habt, die Vereine, für die es mega attraktiv ist, da wollen sie den vielleicht auch nicht hinverleihen. Aber Zwei-Jahres-Laie ist ja dann auch schon wieder was anderes, da hast du auch einen ganz anderen Horizont, um eine Nachfolge zu planen. Ja, oder man muss ja gucken, dass du dann nicht Bundesliga nimmst, Frankreich. Oder so. Der findet, glaube ich, schon seinen Abnehmer. Bundesliga ist ja echt, gibt es halt echt gefühlt nur diese ein, zwei Klubs, wie wir das gerade besprochen haben. Ja, ich glaube, Augsburg-Werder werden tatsächlich da gerade noch so die am ehesten da auch viel mit anfangen könnten, weil da geht es ja dann auch drum, für beide Seiten müsste es ja irgendwo passen. Und sonst, klar, das ist auch wieder sowas, Niederlande, Top-Klubs, League Or, eventuell, wobei bei League Or muss man dann halt auch gucken, wo, aber klar, rein theoretisch auf jeden Fall auch machbar. Ist halt ein riesen Talent. Ich glaube, Kandidaten wird es genügend geben, die Frage ist auch so ein bisschen was für Bayern. Wenn das so stimmt, dass die den innerhalb der Bundesliga verleihen wollen, dann wird man mit den zwei, drei Klubs reden, die eben da rein theoretisch sein könnten. Und dann, wie gesagt, finde ich das ein super, super spannendes Thema jetzt für den Sommer. Aber wenn wir mal gerade kurz eh bei Bayern gerade sind, können wir mal kurz einen Umschwung machen und sagen, was glaubt ihr denn? Ich meine, Mittelstürmer, offensichtlich, die suchen ja. Wer könnte denn? K. hat abgesagt, will nicht nach Bayern. Kein Thema ist, glaube ich, durch. Das ist zu lange gekaut worden, als dass da irgendwas dann doch passiert. Ich glaube, Flaovic ist ja gerade recht heiß. Und das, ja, könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Bei denen auch alle nicht mehr, oder manche nicht mehr so richtig ganz auf dem Zettel haben, weil mit Juve irgendwie gerade generell nicht so richtig das Spotlight da drauf ist. Aber der Mann ist immer noch sau jung. Vielleicht kriegst du ihn auch ein bisschen billiger geschossen dann. könnte glaube ich schon extrem viel Geld für den ausgegeben, oder? Ich schaue gerade, 81 an Florenz. Ja. Man hat auch noch 75 Millionen Mark wert, aber ich glaube, die Juve-Aktie gerade, Europa League und sowas, Punktabzug ist ein bisschen gesunken generell, auch das Ansehen so ein bisschen. Vielleicht kannst du den Tacken billiger schießen und sonst gibt es ja drumherum. Ich sehe, ich sehe ganz ehrlich, das Moani-Ding einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass das groß funktioniert. und dann gehen auch da so ein bisschen natürlich nicht Optionen aus, aber die sinnvollen Ideen irgendwie so ein bisschen aus. Ich glaube da noch irgendwie andere Namen neben denen. Na, Alvarez war immer noch ein Thema, weil der bei City natürlich nicht an Haaland vorbeikommt, aber ist das jetzt die große Lösung, die auf lange Zeit ist halt dann auch wieder die Frage, auch wenn er für mich ein sehr guter Stürmer ist, aber kann auch sein, dass es dann floppt. Dann gibt es, ja, auch wenn das jetzt nicht mehr so heiß ist, aber gab es ja immer diese Thematik, Überbrückung mit Füllkrug, um irgendwann woanders nochmal anzugreifen. Aber der Stürmermarkt ist ja dadurch, werden wir ja später noch zu kommen, aber ist ja dadurch auch nochmal schwieriger jetzt für Bayern durch diese Benzema-Thematik vielleicht. Also dadurch könnte es ja für Bayern gleich nochmal schwieriger sein, dass automatisch einer mehr mitbietet bei den Kandidaten, die sie für interessant empfinden. Und ich finde, Vlaovic, ja, die Saison war auch nicht, also die war jetzt nicht katastrophal von ihm. Ohne Punktabzug würden die auch ganz gut dastehen. Ich glaube, auf Platz zwei. Trotzdem hat man sich, glaube ich, von Vlaovic ein bisschen mehr erhofft in der Saison. Aber am Ende steht er halt trotzdem bei zumindest mal zehn Toren in der Serie A, einem Tor in der Champions League, drei Tore in der Europa League. Ja, geht besser, vor allem für den Preis. Aber ich finde auch, mit 23 Jahren hat er auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. und der hat sehr, sehr vieles, was ich an Stürmern mag. Es hat eine gute Antizipation, ist ein technisch sehr, sehr guter Stürmer, ist groß gewachsen. Könnte ich mir eher vorstellen als Kolomuani, auch wenn ich Kolomuani als Spieler mag, aber hatten wir ja schon öfter besprochen, warum ich glaube, dass in der Bundesliga dieser Transfer zu Bayern gar keinen Sinn macht. Ja, also ich glaube auch, dass Vlaovic ein ziemlich geiles Profil hat. Und ich glaube auch nicht, dass so Völko-Ideen oder sowas oder so, selbst deshalb letztens haben wir ja auch die Kaleitich-Ideen und sowas. Ich glaube nicht, dass die Bayern so kleine Brötchen backen. Nee. In dem Sinn, die werden, glaube ich, schon ein bisschen Parakiri machen. Jetzt lese ich gerade Lukaku und da bin ich, bei der Aktie Lukaku bin ich seit Jahren ausgestiegen. Also das würde ich den Bayern nicht empfehlen. Das ist irgendwie so ein komisches On-Off-Ding bei Lukaku, den würde ich absolut nicht holen. Also Lukaku wäre tatsächlich sogar noch ein Name gewesen, wo ich gerade gesagt hätte, das könnte nochmal als Thema werden. Einfach, weil er halt eben jetzt, der wird bei Chelsea nicht bleiben. Also gehe ich schwer von aus, dass er da eben jetzt den Wechsel macht. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, dass Vlaovic auf jeden Fall deutlich interessanter, auch vom Profil 23 halt. Das ist halt noch ein extremes Entwicklungspotenzial auch. Das kann ich mir prinzipiell gut vorstellen, wenn man den für einen guten Preis kriegt. So, das ist halt die Frage. Wenn Juve sagt, okay, kannst du da günstiger schießen, dann wäre das so ein Bayern-Ding wieder, wie mit Mané. Keiner rechnet damit, auf einmal kriegen die den deutlich unter den Marktwert. Kriegst du den auf einmal aus dem Nichts, warum auch immer, für 50 Millionen, dann ist das ein Thema, wo man sagt, da steckt Bayern vielleicht zu. Gnoboani, der wird nicht unter 100 Millionen gehen, das kann ich mir nicht vorstellen und das wird Bayern nicht machen, deswegen ist das für mich raus, Kane ist raus, alle großen Namen sind raus und deswegen sage ich auch, Lukaku könnte eventuell nochmal heiß werden, weil er halt diesen Namen hat. Blauowitsch könnte nur in heiß werden, wenn die Summe passt. Ossiemen auch ganz weit weg, also kann ich mir auch im Leben nicht vorstellen und dann bin ich tatsächlich auch wieder bei, es kann sein, dass Völkog am Ende nochmal Thema wird, wenn diese Stürmerliste durchgearbeitet ist, man nichts Sinnvolles erachtet, dann ist Völkog so eine Sofortlösungsnummer. Deutsche Nationalspieler, mag Bayern sowieso, kennt die Mitspieler, die mit Sicherheit da auch mitreden werden, Fanliebling, sowohl beim DFB als auch bei Werder, also er hat sich ja selbst bei der WM die meisten Trikotverkäufe gehabt als Neueinsteiger, das ist so, das haben wir ja nicht so oft, gerade im DFB überhaupt Beliebtheit zu schaffen, ist schon schwer und das wäre so ein Bayern-Ding, also das wäre, und da muss man auch sagen, da sind die 20 Millionen auch gar nichts, also das ist so, das machen die und dann sagen die, dann haben wir jetzt gerade Ruhe, also das ist nicht mal. Erstmal haben wir erstmal Ruhe. Genau, eben, das ist, so ist das, aus Völkogssicht brauchen wir nicht drüber reden, für den wäre das wahrscheinlich der geisteskranke Schritt, weil, wenn Bayern wirklich Tell verleiht, Schuppung und Ting als Ersatz, dann ist der da als Startelfspieler nach München, das ist ja geisteskrank, ich würde es ihm total gönnen, ich traue ihm das auch zu, weil er ist ein klassischer Mittelstürmer, er haut die Dinger auch rein, das macht er, hat er auch, jetzt auf internationaler Bühne mal zeigen können, auch für Deutschland, ich glaube auch, dass er da gut kombinieren könnte bei den Bayern, eben als Endstation-Spieler, über den jetzt nicht das Spiel läuft, sondern wirklich eben als letzter Mann, in der Kette, kann ich mir das gut vorstellen und sonst bin ich bei euch, also Flauowitsch, wie gesagt, wenn der Preis passt, auf jeden Fall, wenn man das auch nicht macht, dann sind so langsam die Top-Kandidaten weg und, wenn man mal so ein bisschen verfolgt, was ging jetzt bei Bayern ab, Ries oder Rice, wie der auch immer aussprochen wird, die Aktie wird immer heißer wohl, scheinbar ist der Fokus so ein bisschen von Tuchel, Geld, also wenn man sagt, okay, da geben wir auch Geld aus, ein bisschen woanders und dann spart man vielleicht im Endeffekt doch bei anderen Positionen was mehr, weil wir kennen ja auch Bayern, selbst wenn die einen Umruh machen, die hauen ja nicht bei jeder Position 50 Millionen Plus raus. Ja, naja eben, genau das, am Ende wird nochmal viel guckend interessant wird, wenn sie jetzt dann irgendwann in zwei Wochen irgendwie, weiß ich, 80, 90 für Rice hinlegen, dann ist da vielleicht doch vielleicht doch nicht mehr so viel Festgeldkonto da für einen 70 Millionen Flauowitsch und dann könnte es safe nochmal heiß werten. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und am Ende wird es einfach klatzt. Für anderthalb Millionen, Schnapper. Ja. Den nehmen wir uns. Am Deadline-Day 17.45 Uhr. Ja. Und dann haben wir den HSV runter auf 1,2. Ja, den HSV-Axin und dem, ja. Geil. Aber Declan Rice ist auch so ein Ding. Ich finde ja, Declan Rice ist ein geiler Spieler, aber also wenn die wirklich 100 Millionen jetzt für einen Spieler zahlen, hat der überhaupt schon ein Champions-League-Spiel? Ich glaube nicht eins. Bei West Ham nicht. Was? Mit West Ham auf jeden Fall nicht. Ja, der ist ja aus der Jugend von West Ham. Also, äh, ich finde den richtig gut, aber ich finde, das wäre der letzte Ort, wo ich auf die Idee komme, einen kaufen zu gehen in der Premier League. Ja, ja, das ist halt das Ding, ne. Das ist, also ich bin, ich wäre da nur mal gespannt, weil das haben wir wieder so dieses Ding, ne. Du holst halt jemanden oder würdest dann jemanden holen, wo du halt wirklich auch so einen Charaktertyp holst, ne. Ist ja auch Kapitän, ähm, der ist trotzdem noch jung mit 24, also das wäre so ein Ding, marktwert, überleg mal, 80 Millionen, ich bin voll bei dir, ich würde auch niemals auf die Idee kommen, in der Premier League zu shoppen, also, da gibt es wirklich, glaube ich, deutlich andere Lösungen, aber, Tuchel kommt aus der Premier League, hat, sieht vielleicht, was sie nehmen und das ist vielleicht einer seiner Wunschspieler und ich glaube, jeder Trainer bei Bayern hat so einen Spieler, wo er sagen kann, den will ich unbedingt und dann kriegt der den auch und wenn er den nicht, dann halt Lösung 2, aber die ist vielleicht dann auch in der Premier League, dann sagen sie sich, oh, Raze ist auf einmal oder Raze war aber doch die bessere Alternative. Ich erinnere mich auch noch, damals war das nicht sogar Pep, der Xavi Martinez geholt hat, ich weiß gar nicht mehr, das war doch auch so geisteskrank teuer damals. Kann sein, war sehr teuer, für die Verhältnisse, 40 Millionen, war damals richtig viel. Ja, das war so, wo jeder so gesagt hat, Alter, und dann viele haben den Namen noch nie gehört, ne, wer ist denn Martinez, so, das ist so, also, das kann halt auch wieder so eine Nummer sein, hat vielleicht nicht jeder, der jetzt nicht unbedingt Premier League guckt, auf dem Radar, ist natürlich ein Spieler, wo ich auch sage, also, Qualitätsspieler, gar keine Frage, der ist auch ein toller Spieler, nur, so viel Kohle, wie gesagt, da müsste man halt wieder gucken, ne, hat halt nur noch ein Jahr Vertrag, klar, West Ham kann Vereins halt sich selber verlängern, aber, äh, vielleicht kriegen, die haben wieder halt, weißt du, wie das ist, in der Premier League einkaufen, ist eigentlich so, als wenn du, du hast, direkt vor dir stehen, ne Aral-Tankstelle und ein Rewe und du kaufst dir dein, äh, Sixer Bier oder deine Kiste Bier bei der Aral-Tankstelle, das macht ja auch keiner, außer du hast, äh, Saudis als Eltern, dann kann man's vielleicht, oder, Chelsea steht vor der Tür, dann wird da direkt ein Kasten auch bei der Aral geholt, sag ich dir, weil sie es können, dann wird alles leer gekauft, auch wenn man's nicht braucht, richtig, dann muss man sich noch überlegen, wie man's wieder los wird, man hat's einfach nur kaufen, das wird gelagert, zum Gucken nach lang, Halbbach als Tatum, richtig, aka, Chelsea-Transfer, wunderbar, die machen das schon, das ist, zwei Woundstelle, 7-11 oben drüber, statt Aral, hier kommt auch gerade rein, Rashford wäre vielleicht noch ne Lösung, seh ich nicht, aber, ne, ist auch nicht der, Typ, ja, Rashford hat ne geile Saison gespielt, muss man sagen, aber auch da wieder extrem teuer, aus der Premier League, von Man U Eigengewächse, naja, wie viel willst du zahlen, das ist so, weißt du, das ist halt, stell dir mal vor, die, hat sich überlegt, Transferplan bei den Bayern, die ersten drei Transfervorschläge, alle Premier League, Junge, da bist du 300 Millionen losgefühlt, ja, sofort, ja, da ist dann nachreichend auch immer, Hönes weint sich in den Schlaf, du hast ja noch keine Gehälter bezahlt, die Gehälter kommen auch noch dazu, du siehst ja, bei Mané, 20 Millionen, also, ja, ich glaube, nur Neuer verdient mehr, ne, ich glaube, Lewandowski hat vorher noch mehr verdient, ich glaube, der war ziemlich hoch, aber, Neuer ist glaube ich auf 1, 1,20 oder so, jetzt verdient der, glaube ich, das war ein teurer Skiunfall, ich sehe aber, Rice irgendwie auch eher in England, so Arsenal oder sowas, ja, und wird denn da irgendwie auch lieber sehen? Ja, die Sache ist halt, Tuchel will halt, ich kann eine Sache verstehen, der will halt ja diesen kantigen, klassischen Sechser, ne, also wirklich einen, wo du so einen Brock hast, der dann auch mal vielleicht aus der Haut fährt, Goretzka ist das nicht, wenn man sagt Goretzka, klar, er ist körperlich, kann er das, aber der ist eher ein Achter, das ist ein Box-to-Box-Spieler, bloß Kimmich, der macht halt manchmal Sachen, also der rennt halt manchmal an Situationen rum, da hast du halt gar keine Absicherung, so, und wenn du da, einen festen Spieler haben willst, dann ist Kimmich da der falsche Mann für, dann reden wir halt über so Kandidaten wie jetzt, ihn oder so, wisst ihr, das ist genauso wie damals auch mit Casemiro, so bei Real, warum hat Kroos auch so gut funktioniert? Weil der hinter ihm einen hatte, der komplett nur für das Defensive da war, das war einfach diese defensive Bank, und die Kreativität, das Spielaufbau lief über Kroos, aber Kroos selber, klar, wenn der mal im Zweikampf war, war der da, aber das ist ja jetzt nicht der größte Sprinter, der hin und her läuft für, weiß ich nicht, sondern wirklich der, der über seine Technik kommt, und ich glaube, dass sowas in der Art Tuchel vielleicht intrigieren will, ne, dass man wirklich eben dahinter einen Abräume einfach nur hat. Tja. Und wieder halt ein absolut großer Name, ne? Ja, vor allen Dingen, das wäre ja auch wieder so ein Domino-Effekt. Große Aktie. Wenn du da, weil sonst kannst du ja auch auf Kleineres gucken, sonst kannst du auch sowas wie in Skiri gucken, der ablösefrei ist und bei Köln sensationell spielt. Aber das, was ist das Bayern, das dann so wieder was? Ne, eben, in sowas gehen die nicht rein, das ist schon niedrig. Konrad Leimer, äh, Konrad Leimer. Die haben es ja auch noch, Sabitzer kommt vielleicht zurück. Aber den wollen die doch fest abgeben, oder? Ja, würden sie abgeben. Aber, äh, ja, muss erstmal einer geben. Ich weiß, diesen Leimer-Transfer, also was sich Leimer selber davon erhofft, weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber vielleicht spielt er auch dann die ganze Zeit. Mal gucken. Ganz ehrlich, Spieler für die Kaderbreite, sag ich. Einfach Spieler für die Kaderbreite, hast du. So, hast du im Kader und da ist er. Wenn er es macht, dann cool. Wenn der nach acht Wochen meckert, dann hast du ein Problem gekauft. Ja, gut, ich glaube, der wäre sowieso eigentlich so ein Nagelsmann-Ding, gewesen, ne? Ich weiß, ich glaube, Tuchel denkt sich auch so, ja, warum haben wir den eigentlich? Was soll der jetzt hier? Ja. Wie, der kommt nicht aus England. Ja. Ich habe gesagt, keine Spieler unter 80 Millionen. Siehst du, die Marktwerte auf einmal überall hoch am Steigen. Jawohl, da bin ich doch. Ja, aber Skiri auch eine sehr interessante Aktie, ne? Boah, Skiri. Ablösefrei diesen Sommer, bin gespannt. Vor allem alle Gerüchte, die du so gelesen hast bisher, waren irgendwie echt gar nicht so das krasse Niveau irgendwie. Ja, ich glaube nur Leverkusen, ne? Jetzt, Leverkusen kam jetzt nochmal rein. Oder irgendwo in Frankreich oder sowas, glaube ich auch. Also irgendwie habe ich da mehr erhofft tatsächlich. Ja. Größeres. Die Werte, die er jedes Mal abliefert, ist schon. Frankfurt? Frankfurt. Ja, also, Kamada hat bei denen jetzt auch öfter mal Sechser gespielt, obwohl die, obwohl der ja eigentlich kein Sechser ist, weil die da jemanden brauchten. Wenn es So auch noch geht. Leverkusen macht das ja gerne, Dass die von Köln eigentlich zwei jüngere Spieler eher holen von Leverkusen und dann weiterentwickeln und sehr, sehr teuer auf einmal machen. Aber, äh, das wäre auch so ein Ding, weil, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vor zwei Stunden, glaube ich, die Meldung reingekommen. Leverkusen hat Umdenken gemacht wieder. Haben sich jetzt entschieden, Amiris Vertrag doch nicht zu verlängern. Soll abgegeben werden im Sommer. Das heißt, äh, genau, auch sehr interessant, Amiri. Heißt auch wieder noch ein Platz mehr im Mittelfeld wird frei. Dem hierbei, Platz im Mittelfeld wird frei. Das kann sein, dass die im Mittelfeld da komplett neu gestalten. Dann wäre ein ablösefreier Skiri ein super Transfer für Leverkusen. Muss man sagen. Kann man nicht viel falsch machen, ne. Ne. Der ist voll, das ist ja wirklich ein geiler Abräumer. Also, als wir jetzt gegen den gespielt haben, habe ich noch gesagt, da hat jemand auch reingeschrieben gehabt, weil wir reden ja, also bei Bremen ist ja das Hauptthema, wann holen wir immer wieder einen Sechser und wer, ne. Und da habe ich gesagt, ein Spieler, der so spielt, das, das ist das, was, glaube ich, jeder Verein gerne hätte. Der räumt dir hinten alles ab. Der ist immer im, also immer im Raum. Du kommst nie an dem vorbei, das heißt, egal wie du das Spiel irgendwie aufziehst, du hast einen Skiri immer im Raum mit drin, das heißt, du musst irgendwie immer um den rum spielen, körperlich total präsent, kann aber dann auch noch Spielaufbau und rennen mit nach vorne. Was willst du denn mehr? Also, selber noch torgefährlich, haut die Träger noch von hinten drauf. Das ist also ein super, super krasser Sechser, in Anführungszeichen, ohne das jetzt despektivisch zu meinen, aber viel zu gut für Köln auch. Der, wie gesagt, wenn der jetzt bei seinem kommenden Verein ein super Jahr hat, dann wird der auch noch mal, ja, beliebter werden, auch wenn er halt schon 28 ist, in Anführungszeichen, aber das ist egal. Also, auf der Sechser, gerade auf der Sechser-Position, ja, bin ich, also, er muss eigentlich zu dem Verein gehen, den der jetzt international spielt, muss sowas wie Leverkusen sein. Das ist jetzt der nächste Schritt, den er machen muss in dem Alter, auf jeden Fall. Heute ist auch Seohane fix gemacht worden, ne? Ja. Gar nicht, gar nicht schlechte Idee, gar nicht schlechte Idee. Ist ein guter Trainer. Irgendwie komisch gewesen ist, dass es dann bei Leverkusen gar nicht mehr geklappt hat, ne? Hat ja auch lange gedauert, bis Xabi Alonso das dann wieder rumreißen konnte, das Ruder, mit dem Kader. Aber Seohane in der Schweiz schon sehr erfolgreich. Am Anfang war er die erste Saison bei Leverkusen war ja auch richtig gut. Finde ich eigentlich einen interessanten Trainer für einen Neuanfang. Mal gucken, ob sie jetzt mal einen Trainer haben, der länger als ein Jahr durchhält. Gladbach ist schon krass, ey. Aber haltet ihr den bei Gladbach gesehen, so vom Typ her? Kommt drauf an, was sie jetzt für eine Mannschaft da zusammenbauen. Ja, muss halt einen kompletten Umbruch jetzt, ne? Dem muss er jetzt leiten. Ja. Die haben ja auch den Sohn von Schmattke geholt, als Sportdirektor, oder was er da machen soll. So vom freien Trainermarkt, das ist halt schon eine gute Aktie. Seohane. Und da haben wir schon eine gute Wahl. Die haben sich sowieso Trainer geholt, die jetzt nicht unattraktiv waren, zu dem Zeitpunkt. Also erstmal hatten sie Marco Rose, dann hatten sie Adi Hütter, dann haben sie Farke geholt, der ja auch zumindest mal nachweisen konnte, zweimal mit Norwich aufgestiegen zu sein in der Premier League. Und wenn sie dann jetzt mit Seohane und so, dann muss auch mal irgendwann wieder was rausspringen, würde ich sagen. Ja. Muss der Kader natürlich dazu stimmen, klar. Mhm. Und die haben einige Baustellen jetzt natürlich, ne? Sturm, ähm, Stindl weg, vielleicht ein Manu Cuné weg, Weigel bleibt, glaube ich. Ich glaube, Cuné ist allein weg, um Geld frei zu machen. Genau. Das wird da wahrscheinlich zuerst das Ding sein. Ich bin gespannt, was der in Gladbach macht. Ich, ich sage halt so prinzipiell, ich bin irgendwie kein Fan von ihm als Typ, muss ich sagen. Ähm, glaube auch, dass er trainermäßig, äh, wahrscheinlich eine sehr gute Adresse ist von denen, die auch auf dem Markt sind. Das ist halt auch so immer das Ding, ne? Äh, hat bei Leverkusen auch keine, im Gesamten, keine schlechte Arbeit gemacht. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Mann ist, um so einen Umbruch jetzt zu leiten, sage ich ehrlich. Also, aus meiner Sicht jetzt. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, abwartend da. Äh, aber, ja, mal schauen. Ist auf jeden Fall das Gegenteil von Farke so. Also, wenn man die jetzt mal so vergleicht. Ist ja auch, äh, ähnlich wie Korkut, sehr, sehr sprachbegabt. Der kann irgendwie, äh, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, alles irgendwie fließend. Englisch. Kann auch ein großer Vorteil sein, kann aber auch so sein, wie bei, äh, da wurde uns ja auch so verkauft, dass Korkut so viele Sprachen so gut spricht, hat uns auch nicht viel gebracht. Er wurde uns auch so verkauft. Er wurde uns auch so verkauft. Auch geil, der wurde uns auch so verkauft. Naja, weil das Problem war irgendwie, äh, die Sprachen, die er gesprochen hat, haben die Spieler anscheinend nicht verstanden. Ja, ja, wie gesagt, nee, C.O.A. ist aber auch noch jung, ne, der ist erst 44, also hat ja auch noch Entwicklungspotenzial. Ich hab's dir immer gesagt, Kohfeldt auch. Ich meine, Kohfeldt ist auch, äh, ziemlich jung und sprach, äh, sprachlich auch sehr begabt. Der kann dir in allen Sprachen eine gute Nachgeschichte erzählen, sag dir wie so. Auf Belgisch bestimmt auch, oder wo geht's jetzt hin für den? Ja, ja, Belgisch. Ja, Belgisch, ja. Belgisch, äupten glaube ich was. Auch seine Pressekonferenzen auf Französisch. Das macht er dir. Das ist gar kein Problem. Ja, der sagt hallo, der wird Deutsch gesprochen. So ein Ding ist das. Bonjour. Der macht dir da gar nichts, ey. Er redet einfach auf Deutsch, seine komplette eine, anderthalb Stunden Pressekonferenz. Das wär auch geil. Ja, und dann ist er im Hintergrund ist dann auch keine Werbetafel mehr von den ganzen Partnern, sondern so mit Untertitel, weißt du? Kannst du direkt lesen, so die ganze Zeit. Weil das dauert ja. Das ist ja, der macht ja eine Vorlesung, musst du überlegen. PKs bei Kohfeldt sind extra lang. Ja. Also du sagst, Ioane ist nicht so ein guter Take. Ja, also ich sag, an sich kann ich mir vorstellen, wenn er da wieder so hinkommt, wie er damals halt auch, wo war er, bei Young Boys Bern oder so war das, ne? Ja. Ja, Young Boys Bern war da so gut. Und Luzern, glaube ich. Ja. Wenn er wieder in so einen Modus reinkommt, da hat er ja auch einen super Punkteschnitt gehabt, dann kann das Ganze funktionieren, wie der bei Leverkusen aber am Ende auch jetzt war. Und wenn man überlegt, Leverkusen mit dem Kader jetzt, der ja da war und dann auch den Verletzten, ist er eigentlich nicht so gut mit umgegangen und nicht so gut weggekommen. Und der soll jetzt einen Umbruch leiten. Das sehe ich halt als Problem, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das dann so reicht. Punkteschnitt bei Leverkusen 1,57 Gold. Ist so, ich sag mal, im Mittelfeld bei den Leverkusen-Trainern. Gibt natürlich auch einige, die ja noch wesentlich besseren Punkteschnitt-Gold haben, aber wie gesagt, der ist halt am Ende jetzt nicht gut weggekommen. Kann aber auch sein, dass Gladbach jetzt mit seinem neuen Anlauf sozusagen erstmal eine richtig gute Adresse wird. Prinzipiell, sage ich, ist halt ein ganz anderer Spielertyp, äh, Spielertyp, Trainertyp wie Farke, ne? Farke sehe ich auch eigentlich, das hat mich eh so ein bisschen gewundert, wie der auch bei Gladbach war, aber eigentlich auch eher so als emotionaleren Trainer als jetzt Sioane, aber, ja, warten wir mal ab, ne? Ich nenne ja Sioane mal den Graf, weil er mich so an Graf Dracula erinnert, gerade wenn er noch einen schwarzen Mantel trägt. Der hat schon eine Autorität, finde ich. Also nicht nur, weil er Graf Dracula ist, der strahlt schon, finde ich, eine Autorität aus, aber war schon echt erschreckend bei Leverkusen. Ich weiß nicht, aber manchmal, manchmal ist es auch einfach so, dass du eine Mannschaft einfach nicht mehr, nicht mehr erreichst. Die Alternativen, die sie hatten, waren zum einen hier der Co. von Nagelsmann, glaube ich, den hatten sie enger ins Auge gefasst, Topmöller und aus der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs Polanski. Und dann ist es natürlich, wenn das die drei sind, unter denen sie auswählen, ist es natürlich die schon größte Lösung, eindeutig. Und Topmöller ist da scheinbar auch nach Frankfurt. Ach, ist das so? Oder habe ich das verwechselt? Nee, Topmöller war Frankfurt, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Oder war der auch da im Gespräch? Ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er bei Frankfurt tief mit drin ist. Wird auch interessant, ne? So vom Co-Trainer zu Cheftrainer. Ja. Oder es wird der Hansi Flick. Co-Trainer zu Cheftrainer kennen wir auch gut. Interimstrainer vor allen Dingen. Das können wir richtig. Da haben wir eine Zeit lang. Kohfeldt war doch auch Interimstrainer. Ja, nicht nur Kohfeldt, Nuri auch. Davor Skripnik auch. Das waren drei in Folge, Skripnik. Das war immer... Thomas Schaaf für ein Spiel. Und weißt du was... Ja, und Thomas Schaaf für ein Spiel. Weißt du was da, der leorische Spruch auch wieder da... Genauso wie bei jedem guten Abgang, den wir hatten. Klaassen, der dann auch gegangen ist. Egal wer. Egal wer. Hat damals schon angefangen bei Delaney. Das war... Wenn wir noch weiter zurückgehen, hat es bei den Zehnern eigentlich schon angefangen. Bei Diego hat es angefangen. Der hat man ersetzt mit Özil und Marien. Die sollten es in Kombination lösen. Für Özil hat man einfach gesagt, machen wir schon Ikichi mal zwischenzeitlich mal einen Ersatz. Es kam immer ein Satz mit dabei. Wir lösen das im Kollektiv. Dieser Satz hat uns über Jahre so verfolgt. Das glaubt man gar nicht. Das darfst du als Werder-Fan gar nicht mehr sagen eigentlich. Das sollte verboten werden. Ganz, ganz schlimm. Aber ja. Hat sich auch die Hertha irgendwann Nuri nochmal geschnappt als Trainer oder als Co-Trainer? Das war eine sehr glaubereiche Zeit, wo Klinsmann ihn als Co-Trainer geholt hat. Achso, stimmt. Und dann war der Teams-Trainer bei uns, ja. Sehr erfolgreich auch, muss man sagen. Jetzt ist er doch irgendwo griechische zweite Liga oder so. Ich habe damals echt sogar ein bisschen was von dem gehalten. Er hat es ja am Anfang angefangen hatte, wie er an der Seitenlinie mitgegangen ist. So dieses, weißt du, der ist ja wie ein Knallfrisch gewesen. Pam, 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 hin und her und weiß ich nicht. Da dachte ich mir, ey, wenn das jetzt noch funktioniert mit ihm als Trainer, dann will ich so einen Trainer haben eigentlich, der dann da auch mal mitgeht, wo du auch merkst, dass der mit den Emotionen dabei ist und so. Ey, wenn man Skipnik auch hatte, dann war das mit Nuri war das so Maschallah. Aber, ja, dann war es irgendwie doch nicht so. Kohfeldt, was das zum Beispiel angeht, was das angeht, war, also ich habe lange bei Nuri echt sogar noch gesagt, der hat ja auch gute Spiele bei uns gehabt, aber bei Kohfeldt war das ja so in dieser ersten Saison, wo der so richtig erfolgreich war. Der hatte ja erst ein halbes Jahr, das war ja noch in Ordnung, also alles. Dann hat er diese super Saison gehabt und dann kam diese scheiß Saison. Aber zwischenzeitlich am Anfang, der ist ja auch so ein emotionaler gewesen, hätte auch rumgebrüllt, ist mitgegangen und so. Das war schon cool. Also ich mag so Trainertypen, ja. Nur, wie gesagt, bei Kohfeldt war mein großes Problem immer, der hat einfach zu viel gelabert. Das war Geistesklang. Und der hat Sachen gesehen, die hat kein anderer gesehen. Das ist halt auch sowas gewesen. Aber ja. So hochhypen auf eigene Coaches ist immer schwierig. Wie hieß der damals von Gladbach, der auch irgendwie mal kurz Champions League war und danach komplett verschwunden ist? Der hat doch auch so einen Trainer von sich hochgezogen. Ach, war das nicht der Wolf oder so? Ne, der Glatzkopf, ne? Ja, ja. Wen, wen, wo war es? Dieser Glatzkopf von Gladbach, der da war. Da war mal sogar in der Champions League drin, da hat es uns abends geschaffen, so eine Todesgruppe durch. Das war auch so eine Kante, also so breiter. Also irgendwie rausgeflogen. Der war irgendwann in der zweiten, dritten Liga nochmal und dann irgendwie von der Bildfläche verflogen für mich. Sag mal gleich den Namen. Ich schau grad mal hier, Achtelfinale gegen City, da müsste er immer beistehen. Ah, nee, hä? Okay. Dann war es noch ein bisschen länger her. Toni, danke dir, mein Lieber. Schuster. Du meint bestimmt Michael Fronzek. Schubert, hier, Schubert. Ja, Schubert. André Schubert, der war der nicht bei Paderborn oder so noch? Der, äh, ich weiß nicht, ob der bei Paderborn war, aber der war, der war eine Kante. André Kreis, der war eine Kante, ich sag's dir. André Schubert, der ist auch Trainer, aktuell frei. Gladbach, Braunschweig, Kiel, Ingolstadt. Fast. Und seit Dezember 2021 ohne, ohne Job. Fast. Ja, stimmt. Und wie Holger Stanislavski, kennt ihr den noch? Ja, klar. Ja, klar. Der hat später einen Rewe-Markt aufgemacht. Ja, perfekt. Er hat später einen Taktik-Tafel rumgefuchtet im öffentlichen. Ja, stimmt. Die Taktik-Tafel ist sowieso immer sehr beliebt. Bei Manuel Baum zum Beispiel. Wisst ihr, was ich immer an dieser bescheuerten Tafel so völlig irre finde? Wenn wirklich kurz vor einer Einwechslung, 91. Minute, du führst 3-0 und die Spieler stehen da dann echt und kriegen dann noch Sachen hin und her erklärt. Alter, das ist so, also da kannst du auch keine logische Erklärung für kriegen. Ich habe auch schon mit Ex-Profis darüber geredet und selbst die waren am Lachen. Also das ist jetzt nicht so, dass das nur wir aus Fansicht so sehen. Das ist, wie gesagt, 9 Sekunden teilweise und die stehen da mit diesen scheiß Tafeln. Das ist dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also ob man da dann jede Statistik nochmal vom Gegner vorgelesen haben muss und jeden Laufweg durchgehen muss, halte ich dann doch für schwierig. Es gibt auch einen Großteil der Profis, die in dem Sinne lachen oder es lächerlich finden, wenn du von diesen ganzen Bezeichnungen immer sprichst, wie abkippende Blablabla und Anker, Sechser und so weiter, die sagen, was soll das? Am Ende ist es einfach nur alles eine andere Bezeichnung für die Begriffe von vorher, die es aber einfacher dargestellt haben und es ist auch nichts anderes. Es ist einfach nur ein vorherkomplexisieren der Sache, dass leider die Hälfte der Spieler einfach mal sprachlich und manchmal auch vom Intellekt gar nicht peilt. Das sagt man ja auch dann manchmal zu diesen Laptop-Trainern, dass die gewisse Mannschaften damit einfach auch völlig überfordern, weil die dann am Ende gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Es gibt natürlich auch sehr spielintelligente Spieler, die das gut umsetzen können, aber manchmal musst du ja auch sehen, mit wem hast du es da gegenüber zu tun. Der hat vielleicht nicht drei Trainerlehrgänge abgeschlossen, sondern der ist nur Fußballprofi. Nur? Nur, wie kann er? Wie kann er nur? Und dann nicht mal die Taktik-Tapel verstehen, also das ist ja auch ganz kurios. Hier kam gerade rein, was sagt die zu Kanté-Saudi-Wechsel? Ist der auch nach Saudi gegangen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ein Gulu-Kanté? Kam hier gerade rein. Das wäre schon, das passt nicht zusammen. Was ist denn jetzt los, Alter? Hat auch hier, gerade 14 Minuten her, Fabrizio. Fabrizio? Also nicht fix, aber es ist auch dabei, IT hat. Steht dann Here we go? Nee. Ah, okay. Weil sonst ist es durch. Aber kurz davor. Aber man muss sagen, 100 Millionen im Jahr. Oh. 25. Das ist ja eine Frechheit. Da würde ich noch mal nachverhandeln an seiner Stelle. Würde ich aber auch. Also das finde ich schon ein bisschen unterirdisch. Also ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht, wie er da über die Runden kommen soll. Ist er wenigstens WM-Botschafter 2030 danach? Das ist ja minimal. Ich glaube, die WM ist die Statue. Das muss schon sein. Ja. Für 500 Millionen. Aber gut, man muss auch berechnen davon, er kann wahrscheinlich eh nur 20 Prozent der Spieler absolvieren. Und für den Rest der Reha-Zeit sind natürlich 100 Millionen ganz okay. Ja. Wie alt ist er jetzt? 32, ne? Ja. Das ist halt schon schade, ey. Der macht das noch. Das heißt, wir haben dann, wenn das durchgeht, Benzema, Kanté, Ronaldo, wer geht noch? Und vielleicht noch Messi. Ah ja, Messi ist auch noch bei den Saudis, genau. Ich habe auch schon Lewandowski-Gerüchte gesehen. Ja, ich glaube, die machen eine richtig dicke Transfer-Offensive. Haben die aber ja angekündigt nach dem Ronaldo-Wechsel, ne? Das haben die ja echt gesagt, im Sommer soll da ein bisschen was passieren. Äh, ein bisschen was haben die jetzt also auf jeden Fall nicht untertrieben. Also bei Sky haben sie gestern gesagt, ähm, der Fonds, der dahinter steckt, hinter diesen ganzen Transfers und der Liga, beinhaltet 568 Milliarden Euro. Also da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Äh, ja. Ja. Dagegen ist Chelsea ein Witz. Ja, aber ich sagte, die spüren trotzdem mit. Das ist egal. Praktikantengehalt dort. Ja, stimmt. Chelsea bietet mit. Aber Chelsea macht auch längere Verträge. Das geht halt mit Kante nicht mehr. Die machen immer nur acht Jahresverträge wie für Mudrik. Ja, das ist korrekt. Das macht auch bei Kante nicht mehr so viel Sinn. Ja. Ey, aber was ich nochmal Felix fragen wollte, Girassi hat ja vorher verlängert, ne? Der hat Liga unabhängig verlängert, ne? Bei euch. Ja, also war die Kaufoption. Vertrag bis 26, Liga unabhängig, aber ich glaube, Liga unabhängig wäre nur quasi so ein schönes Ding für uns gewesen, dass wir wissen, wir haben ihn. Der wird nie ein Leben in der 2. Liga heute mit uns gespielt. Vor allem dieses Interview, dieses eine, wo wir noch drüber, hatten wir darüber gesprochen, ich glaube schon. Ja. Da hat er ja schon so halb gesagt, ich gehe so ungefähr. Ja, aber Adoption und sowas. Ja, also. Also ist jetzt, das Geile ist halt, wir haben ihn jetzt, wir haben ihn gezahlt, der gehört aus uns bis zur 26 Liga unabhängig. Das heißt, in der 2. Liga wären wir abgestiegen, hätten wir ihn selber halt auch verkaufen können für auf jeden Fall plus. Ob jetzt, hoffe ich schon, dass er bleibt, weil jetzt in meiner 1. Liga kann immer noch sein, dass irgendein Premier League-Klub kommt und ein verrücktes Geld hat und kann es auch noch passieren, aber das war, glaube ich, nur einfach eine schöne Aktion von ihm zu sagen, ey komm, Liga unabhängig, das heißt, wenn wir absteigen würden, ihr könnt mich verkaufen und guckt quasi nicht ins Loch und ich bin einfach wieder zurück bei Rennen im Sommer. Und was ist jetzt mit Sosa? Achso, warte. Bis 2026 gehört ihr euch, finde ich ja sehr besitzergreifend, aber gut. Das musst du ja wissen. Wie, aber gut. Sosa kannst du direkt beantworten, du kannst eine ganze Liste jetzt beantworten, weil wir reden jetzt über Stuttgart-Transfers, Abgänge und Spieler, die wir wollen. Also du musst ein bisschen mit uns verhandeln. Dann bin ich ja raus. Warum? Kuli Bali? Wollen kann ich ja schon. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen, da bist du doch, da geht doch was. Sag mal, was steht denn schon fest an Abgängen und was sagst du denn, wer könnte jetzt Stuttgart noch verlassen, gerne auch von Felice mit Sosa beantworten? Man hat zwar ja jetzt den Klassenerg geschafft, aber glaubst du grundsätzlich, dass man so die Qualität jetzt an Spielern halten kann, alle? Schwierig. Also, Gerasi steht schon fest, sonst steht nur kleineres fest, also zum Beispiel so ein Aydonis aus der Innenverteidigung, vertraglich verlängert wird, also das ist auch noch nicht offiziell, aber halt berichtet worden. Gulli Bali ist auch noch nicht offiziell, aber berichtet worden, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Mafropano ist so ständig in Gerüchten, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass der geht. Sosa ist jetzt irgendwie so ein komisches Ding, da klang es auch von der Bild raus, vor der Relegation schon vom Hinspiel, dass er geht und quasi letztes Spiel gewesen gegen Hoffenheim und so ein bisschen. Hat auch geweint vor der Kurve nach dem Hinspiel, jetzt nach dem Rückspiel, die sagt im Interview, es gibt auch eine große Chance, dass ich hier bleibe, aber es kann alles passieren. Da ist wahrscheinlich echt die Frage nach dem Markt. Da ist halt die Frage, ob du jemanden kriegst, der das bieten kann, was Sosa will, an Niveau und eben auch genug Geld bieten kann und sonst. Bei Sosa sage ich echt, vielleicht bleibt er halt doch, weil es ist auch aktuell unser dienstelbster Spieler seit 2018 da. Vielleicht ist er wirklich mittlerweile so weit und sagt, komm, der hat wirklich auch schon zwei, drei Transferfenster immer wieder abgesagt und gesagt, ich halte erstmal die Klasse, bevor wir hier weiterschauen. Weil jetzt ist er doch schon so tief im Verein drin. Aber dieses Weinen vor der Kurve und so, glaub schon, dass der gehen könnte im Sommer. Aber ich würde es auch nicht wundern, wenn er doch die Rolle rückwärts macht und doch noch bleibt und dann wirklich sagt, komm, bin ich halt in Anführungszeichen VfB durch und durch seit 2018 da. Sonst ist halt nichts, was so richtig in Gerüchten hängt. In Sachen Abgängen, also in Sachen Geldabgängen, klar ist, dass wir Tomasch nicht behalten werden. Die 14, 15 Millionen Klausel in seinem Leihvertrag kannst du komplett knicken, die Nummer. Der hat auch schon mal gesagt, dass er lieber bleiben würde bei Sporting, da ein bisschen versuchen, sich durchzusetzen. Also da ist auch scheinbar keine Option da, da halt so ein bisschen nachzuverhandeln. Und dann, ja, ein Schildias, der überhaupt keine Rolle mehr spielt, den aber auch im Winter erst gekauft hast. Ist aber eh so ein bisschen Wandervogel, vielleicht geht der auch schon direkt wieder und Haraguchi ist die Frage. Torwartposition ist interessant, weil da weiter gelesen wird, dass beide gehen sollen. Redloh, gibt es keine Gerüchte, Müller wohl sehr kurz davor zu Freiburg zurückzugehen als zweiter Torwart. Halt, 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 da geht Schwolo hin. Also, die Gerüchte waren näher bei Müller aktuell. Anderthalb Millionen Ablöse scheinbar. Fake News. Nee, nee, nee. Schwolo ist günstiger. Ist ja bei Freiburg eh auch krass. Dann setzen die halt komplett auf die Karte mit ihrem U23-Ding da. Mit einem Riesentalent natürlich auch, aber auch wieder typisch Freiburg, so kein anderer Verein in der Welt gibt dir so eine Chance und sagt, du bist erster Keeper. Neuesten Müller als zweiten Torwart. Das ist schon, schon krass. Dann ist es eine Frage, was wir im Sommer machen auf der Position, ob ein Bredel vielleicht doch bleibt, da gibt es noch keine Gerüchte dazu, aber es hieß immer, beide sollen gehen. Beide ihre Fehler, beide ihre guten Spiele gehabt, aber beides ist nicht so richtig das Nummer-eins-Niveau. Ob Giekewitz wird uns mal angeboten, laut dem Kicker haben wir aber abgelehnt. Nimm, Bruder. Und wir... Ja, diese Lache. So schön. Das wäre ein geiler Lott, ey. So schön. Aber wir haben halt den Simon da hinten mit 17 Jahren, der auch in U-Nationalmannschaften spielt, U21, der sich schon viel gespielt hat, auch oft ohne Gegentor. Lott, ja. Wo du schon merkst, den willst du auf jeden Fall aufbauen. Der wird nächstes auch 100% zweiter Torwart sein, so wie es klingt, denn Simon mit 17 Jahren. Das heißt, du kannst da jetzt auch erst mal zum Beispiel Finn Dam oder so, du kannst jetzt keinen 24-, 15-jährigen Torwart holen und dem sagen, du, du machst jetzt hier Lückenfüller für zwei Jahre, dann wahrscheinlich schon doch eher einer in Richtung Ticken älter. Mich würde es nicht wundern, wenn so Gerüchte um den Horn aufkommen würden, von mir aus auch Gerüchte um den Ulreich. Weil wenn du eben sagst, ich will diesen Simon aufbauen, wo ich auch Bock drauf hätte, 17-jähriger Torwart, so Lenormäßig, dann irgendwie mit 18, 19 ins kalte Wasser werfen, wäre schon cool. Ein Zeichen auch ganz klar, wenn er jetzt Zweiter-Keeper werden soll. Die Frage ist ja dann, ob man dann happy ist mit so einem Niveau, mit Horn, Ulreich, Gigi Witz ist ja auch, wäre auch dasselbe Horn geblasen, so ein bisschen. Das wird schon interessant, weil Müller und Bredlow, beides feine Kerle, aber die haben halt beide ihre Fehler drin, beide ihre guten Aktionen, gute Spieler, beide halt wirklich mal konstanter, mal inkonstanter, einfach ihre Fehler drin. Das ist halt beides, anderthalb Millionen Marktwert jeweils, das ist nicht das Bundesliga-Niveau für die Nummer 1. Also da wird ein bisschen was passieren, der Rest ist halt echt bei Bedarf. Kara sorgt jetzt immer wieder Gerüchte darum, musst du aber nicht abgeben. Ein Endo ist immer so ein Thema, ist jetzt 30, hat Wahnsinniges geleistet für uns und, ja genau, das müsstest du wahrscheinlich Vertragsgespräche aufmachen oder halt die Frage bei ihm, die Gespräche gab es immer, die Gerüchte gab es immer, die Interviews gab es immer, dass er gerne mal Premier League spielen würde und wenn er den Schritt gehen will, dann muss halt so langsam mal, mit 30. Das heißt, bei ihm gibt es keine Gerüchte, ich würde es mir auch nicht wünschen. Ich habe hier vorhin auf Twitter gerade Gerüchte in der VfB-Bubble gesehen, irgendwo aus Japan wahrscheinlich, dass Freiburg interessiert sein soll an Endo, das sehe ich mal gar nicht. Wahrscheinlich auch so ein Klatschplatt von dort. Aber Endo könnte eine Gefahr sein, vielleicht, ohne dass er jetzt Gerüchte gibt, dass er wirklich nochmal den Schritt macht, weil wenn er gehen will, dann muss er ihn jetzt gehen, mit 30. Ja, der könnte auch den Schritt hochgehen zu Bremen. Aber ich finde, eigentlich Freiburg gar nicht, Freiburg zu Streich, so ein Fußballer und dann Europa League könnte sogar passen. Findest du nicht? Ja, das ist halt irgendwie nicht dieser Riesenstep, wenn du bei Endo was liest, dann ist es halt, ich würde gerne Premier League spielen. Das ist ja irgendwie von vielen aus diesem japanischen Raum oder asiatischen Raum eh ein Ziel, irgendwie Premier League vor allem. Ja, vielleicht weiß ich was. Wenn Endo geht, dann halt nur nach England, glaube ich. Und bei Endo sowieso, selbst wenn er geht, egal wo er hingeht, in Anführungszeichen, dann geht er hier mit Applaus, mit Statue gefühlt. Also das ist auch ganz klar bei Endo. Und das ist halt auch so das Ding, was wir Gerüchte haben gerade, was Zugänge angeht, ohne irgendwas Näheres zu haben, da sind Innenverteidiger und sind Mittelfeldspieler zentral. Das heißt, es ist ganz klar, da passiert auf beiden Positionen was. Ito auch leider die Gefahr, den würde ich so unfassbar gerne halten. Da ist halt die Gefahr, dass der wirklich interessant wird für manche Klubs. Vor Panos dazu noch, also Innenverteidigung, Mittelfeld haben wir eben dann Caruso und Endo. Gutsche natürlich auch die Frage, ob so einer noch bleibt oder geht. Es wird auch wieder ein langer Sommer wahrscheinlich. Aber ich bin zumindest sehr glücklich, dass wir ein paar Säulen haben, die auch hoffentlich bleiben, mit einem Gerasi zum Beispiel. Ich zähle Endo weiter dazu. Links, rechts, Wagnermann, vielleicht bleibt auch sogar ein Sosa noch. Innenverteidiger hast du einen Anton, der auch seit Wochen bockstark spielt. Ich glaube, er hat wirklich seit 40 Spielen oder sowas, oder 40 Spiele gemacht hat die Saison in jedem Bundesligaspiel von Beginn an auf dem Platz stand, auch komplett underrated Anton bei uns. Zagadou findet immer besser rein. Also die Frage, was du ersetzen musst, ist natürlich die große Baustelle Torwart. Und vorne, stimmt, Sturm ist auch so ein Thema, kann man auflisten. Wir haben ja Gerasi im Sturm, Tomas ist dann weg, wir haben Pfeiffer im Sturm, sind wir bei zwei, dann kommt Sankof, das ist dann leider zurück, als Talent, sind wir bei drei, Fahir kommt zurück von seiner Laie, sind wir bei vier, dann kommt, habe ich Milosewitz schon genannt, noch nicht, dann kommt der noch als Talent dazu, als neuer Transfer, sind wir bei fünf, Kastanaras kommt aus seiner Ewigkeitenverletzung zurück, als Talent aus der eigenen Jugend, sind wir bei sechs Stürmern. Da ist die Frage, was du mit wem anfängst. Das ist sehr viel Stürmer und sehr wenig Flügel. Da ist halt die Frage, was du da im Sommer machst, du hast dann wirklich einen bockstarken Stürmer von dir drin, einen der auch noch einen Tacken älter ist mit Pfeiffer, aber überhaupt nicht funktioniert bisher und halt dazu noch vier Talente, die alle irgendwo zwischen 19 und 21 Jahre sind. Also das wird interessant, wie du da aussortierst, vor allem weil eben so Milosewitz ja neu kommt, also den gibt es ja nicht ab. Das heißt, da musst du gucken, was du mit Sanko und Fahr hier machst, vor allem. Tja, das ist eine ganze Menge an Spielern, wo so ein Fragezeichen auch noch irgendwo dran ist. Wird ein langer Sommer. Eben auch die Frage, wer das machen darf bei uns, Mitgliederversammlung im September. Viele wollen da irgendwie einen Vogt loswerden, Präsidenten, Werle wollen sie loswerden. Ob das klappt, ist die andere Frage. Ob da ist der Klassenheit darüber so ein bisschen wieder ein bisschen quasi eine positivere, ein positiveres Ding drüber schweben lässt. dazu ein Wohlgemut, der irgendwie ein bisschen als Marionette übertrieben gesagt eingesetzt wurde. Der hat ja auch mit Labbadia wirklich nichts zu tun gehabt, bis er dir geholt hat. Das sind Schildias und Taraguchi. Die haben beide ihre Kunde wieder reingespielt durch Pokale und durch ein paar Stammspiele unter Labbadia, aber jetzt mittlerweile auch beide komplett außen vor unter Höhen. ist also auch keine Zukunft. Die Frage, wie sehr, oder was der im Sommer hinkriegt an Transfers. Das kann sich auch mal richtig beweisen, was er denn selber machen will. Weißt du, das ist krass, das ist so, also wirklich, es gibt echt viele Vereine, die jetzt im Sommer ganz schön viele Fragezeichen noch haben, was so Spiele angeht. Gerade jetzt bei uns dreien, also bei Hertha kann natürlich der krasseste Case noch sein, dass da am meisten Bewegung geht. Bei uns wird aber auch, je nachdem müssen wir einen komplett neuen Sturm bauen, plus unsere Problemstellen. Gerade soll breiter gemacht werden, auch viele Fragezeichen. Stuttgart haben wir gerade gehört, unfassbar viele Fragezeichen auch da. Ich finde erstmal ein paar Spiele auch sehr interessant. Übrigens kann ich sagen, dass es war ja mal zwischenzeitlich so, dass man auch gesagt hat, oh, vielleicht geht auch Stuttgart runter. Und da war Endo einer der Namen, die, also der wurde so oft dann reingeschrieben, im Sinne von, sollte Stuttgart runtergehen und der würde in der ersten Liga bleiben wollen. Vielleicht kannst du dann, ist ja oftmals der Fall, Spieler auch unter Marktwert kriegen und das ist halt so ein Spieler, also der würde ja sehr vielen Bundesligisten super gut tun, weil er halt einfach, also das ist ja ein absoluter Dauerbrenner auf der Sechs. Habt ihr auch wirklich einen super Kerl, muss ich sagen. Also da sage ich auch ganz ehrlich, wenn ihr abgestiegen wärt, wäre das auch so einer der Spieler, die ich so mit am interessantesten hätte bei euch gefunden. 100 pro, der wäre auch 100% gegangen wahrscheinlich. Ja, ja, glaube ich auch. Da hätten viele angeklopft. Ja, 100%ig. Da wäre, wie gesagt, nur die Preisfrage dann halt, kennt man ja bei Abstieg dann. Aber ihr habt Koulibaly nicht verlängert. Ablösefeier darf er gehen. Sag mal was über ihn. Wie findest du den? Koulibaly ist schwierig. Der ist halt auch schon ewig da, seit 2019 da in der zweiten Liga dann nie große Rolle gespielt. Da war da auch immer noch 22, also da war da gefühlt noch 12. Also ist auch schwierig, das so zu sehen. Aus der Akademie gekommen vom PSG. Dann war der auch in dieser ersten Saison ein bisschen dabei, bei dieser Silas-Kalejcic-Ecke da vorne, diese eine Tanzeinlage gegen Hummels da in Dortmund beim 5-1. Aber sonst, der ist jetzt seit vier Jahren da und war halt absolut nie irgendwie unverzichtbarer Stammspieler oder irgendwas in der Art und Weise. Jetzt bei uns gerade mal ein paar Mal die Saison echt unordentlich gewesen. Er hat auch ein wichtiger Einwächse-Spieler, einfach komplett da vorne Verwirrung gestiftet hat, seine wichtigen Tore auch erzielt. Problem bei ihm ist vor allem, also ich verstehe es, wenn man ihn verlängert, aus den Gründen. Problem ist halt, du musst ja so jemanden auch ersetzen. Da finden wir mal irgend so einer, der genau das hat, diesen Witz im Spiel hat, so jung ist mit 22, Tempo hat, der halt dann quasi, ich sag mal, so billig wäre, wie es wäre, ihn einfach zu verlängern. Da findest du keinen anderen. Da musst du wieder Geld ausgeben. Da ist ja die Frage, aber das werden die intern schon bedacht haben und offiziell ist ja noch nichts. Also vielleicht kann auch übermorgen die Meldung reinfallen, dass der Mann verlängert hat für ein Jahr oder so. Aber ich würde es verstehen oder ich verstehe es, wenn man ihn loslassen würde, weil er eben nie wirklich unverzichtbar war oder nie so krass wichtig war. Man kennt es ja auch öfter mal, gerade in der Saison oder im letzten halben Jahr, bevor ein Vertrag aus ist, will er auch mal merken, jetzt soll ich wieder mal 110 Prozent geben. Vielleicht ist das auch so ein Effekt gewesen dieses Jahr. Also ist ja nur die Frage, wie du ihn in den Sets bekommst, was du da vorne vor hast und dann wird es halt auf jeden Fall zwangsweise einen Tacken teurer, als ihn einfach zu verlängern. Aber ich könnte es verstehen, wenn er geht. Ich meine, vier Tore hat er trotzdem als Sub sozusagen gemacht. Das muss man ja auch sagen. Tempo und Spielwitz, das ist so das, wo ich auch mal zu ihm gesagt habe. ist, finde ich, ein Spieler, der sehr interessant sein kann für zum einen Hertha, Schalke. Schalke ist schon seit Jahren dran. Ja, ja. Seit Jahren. Aber grundsätzlich ist er ein interessanter Spieler auch für Schalke. Gerade ablösefrei. Ablösefrei. Ja. Und kann auch interessant bei uns werden, wenn, je nachdem, wie man nämlich da, wie gesagt, dieses neue Sturm du baut, man hört ja, in Gima hat man ja auch so als Tempospieler geholt. Kann sein, dass man da vielleicht als Ausweis so eine Flügelformation macht oder eben mit einem richtigen Mittelstürmer und daneben so einen schnellen, quirligen Part eventuell einbaut. Deswegen auch da sage ich, eigentlich ein sehr interessanter Mann auch in Deutschland weiterhin. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall einen Abnehmer haben wird. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass allein, wenn er ablösefrei ist, wird Werder, wird Hertha, wird Schalke. Die werden ihn alle auf dem Zettel haben, eventuell Aufsteiger zumindest mal auf dem Zettel haben. Ob das jetzt so machbar ist dann, das weiß man natürlich nicht, aber weil das ist, wie du hast ja gerade schon gesagt, er ist halt jung noch. So klar, er hat sich jetzt noch nie so bewiesen, dass du sagst, ey, den darfst du niemals abgeben und so weiter, aber er ist 22. So wenn der seinen nächsten Step macht und dann auch diesen Spielwitz gezielter einsetzt, plus er hat ja eben gutes Tempo, vorm Tor vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlt, dann kann das ein richtig, richtig interessanter Spieler noch werden auch. Erinnern wir uns mal, ist jetzt ein hoher Vergleich natürlich, aber überlegt mal am Anfang auch, wo man Coman gesehen hat. Klar, viele Verletzungen und so weiter, aber der hat es oft auch in die Spieler so reingelaufen. Der hatte manchmal anfangs richtig so Probleme auch gehabt, wo du so dachtest, ja, Tempo, klar hatte der immer, der war ja gigantisch schnell, aber der ist oft dann immer so rein in die Spieler und irgendwann kommt das ja auch, dass du dann da einfach sicherer wirst. Dembélé auch, über die Jahre immer sicherer geworden dann in dieser Beiführung und hier haben wir halt auch einen jungen Franzosen, der grundsätzlich vieles mitbringt, aber halt noch mehr kommen muss, aber Ablösefrei hast du eigentlich wenig zu verlieren. Finde ich sehr interessanter Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja, sag mal, wen findest du so interessant bei den Stuttgartern? Ich finde sehr viel interessant, aber es ist außer Koulibaly ja nichts wirklich realistisch oder vielleicht ein Luca Pfeiffer, aber im Moment sind wir im Sturm, also du musst ja erstmal, erstmal müssen wir die Lizenz bekommen, wenn wir die Lizenz haben, dann werden erst die ganzen Verhandlungen beginnen, weil die Vereine und Berater warten ja bei uns alle da drauf, weil wenn wir keine Lizenz bekommen, sind alle Spieler ablösefrei, wenn wir insolvent gehen und wenn wir die haben, dann gucken wir mal, was im Sturm passiert. Stand jetzt, kann ich ja mal aufzählen, Konga, Piontek kommt zurück, Jessica Gangkamp, Scherhand, Niederlechner, dann aus dem Nachwuchs noch Rölke, der jetzt sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat, also wir haben Maser, der eigentlich eher Zehner spielen wird, aber auch Stürmer spielen kann, wir haben so viele Stürmer, kann aber am Ende sein, dass vielleicht so Luca Pfeiffer, der ja in der zweiten Liga sehr gut funktioniert hat bei Darmstadt, wenn du auf einmal alle möglichen Leute verkaufst, weil es Angebote gibt, kann es sein, dass so einer nochmal interessant wird, ich weiß jetzt nicht, wie viel Stuttgart dann haben wollen würde, ich meine, der hat in keinem Bundesligaspiel einen Scorer-Punkt gesammelt, aber der bringt eine Größe mit, ist für die zweite Liga auch nicht uninteressant, einen so einen großen Stürmer zu haben, der Bälle festmachen kann, wenn er Stamm spielt in einer Liga, die er schon kennt, wo er schon gut getroffen hat, könnte das interessant sein, aber das ist noch so weit entfernt und Koulibaly könnte interessant sein, weil alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich auch, ja, hat sich jetzt nicht wirklich durchgesetzt, aber ist sehr jung, hat Entwicklungspotenzial und ich glaube, wenn der mal bei einer Mannschaft ist, wo er wirklich auch als Stammspieler vielleicht in eine Saison geht, dann kann er sich entwickeln und deswegen wäre für ihn vielleicht, ablösefrei ist erstmal dann auch realistisch, hat wahrscheinlich ein relativ hohes Gehalt, aber würde er vielleicht dann auch mal einen Kompromiss eingehen, aber wenn er einen Schritt zurück macht in die zweite Liga in Deutschland zu einem der Aufstiegsaspiranten und da Stammspieler wird, könnte das seine Karriere auf jeden Fall in Schwung bringen, weil er hat einfach zu wenig dauerhaft gespielt in den vier Jahren beim VfB dann. Ja, und die anderen Spieler sind alle leider nicht realistisch für mich, Mavropanos wird auch öfter mal, glaube ich, mit Frankfurt in Verbindung gebracht und mit etlichen anderen Klubs, ist halt ein sehr, sehr interessanter Mann. Anton ist ja auch ein sehr, sehr guter Spieler, vor allem jetzt, wo er nicht mehr Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen muss und er nicht mehr auf Toilette rennen muss während des Spiels. Ito, wie du schon gesagt hast, auch interessant. Ich wäre ja an VfB-Stelle beim Keeper, würde ich ohne Scheiß, wird bei uns jetzt nicht passieren, nein, nicht Schwolo, Schwolo und Menger könnt ihr auch haben, wenn ihr unbedingt wollt, aber ich würde tatsächlich mich ja um Lotti bemühen, Lottga, der ist, glaube ich, zweitbester Torwart in der Drittligasaison geworden bei Dortmund, hat Bundesliga-Erfahrung, ist immer noch extrem jung, hat jetzt zwar verlängert, aber wird definitiv kein Stammkeeper sein bei Dortmund, könnte sein, dass er jetzt, der ist ja erst 22 geworden, vor zwei Wochen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem daran, der ist zu jung, um dahinter einen 70-Jährigen aufzubauen wahrscheinlich. Das in der Kombination natürlich schwierig dann, aber Heuer-Fernandes, ja, den hätte ich auch interessant gefunden. Heuer-Fernandes hat ja auch schon viel VfB-Herz gestern bewiesen, wenn man vieles ist. Ja, guck mal, der Mann ist dabei. Nee, aber wäre auch mal ein ganz anderer Torwart, den ihr habt, nach den beiden mit Müller und Bredlow, wie gesagt, keine schlechten Keeper, aber dann jetzt mal so einen krass mitspielenden Keeper zu haben, könnte mir vorstellen, dass das ein Sebastian Hoeneß voll gut einbauen kann bei sich. Ja, Horn finde ich eigentlich auch, ich weiß nicht, warum du den so schlecht siehst, ich finde Horn ist ein sehr stabiler Keeper, ich finde den gar nicht so viel schlechter als Schwebe eigentlich, hat dann irgendwann seinen Stammplatz verloren, aber ist für mich ein sehr, sehr solider Bundesliga-Keeper mit viel Erfahrung. Ja, Problem ist halt, also, ist es wahrscheinlich das Falsche, sondern eher wahr, der hat ja auch, der hat ja seit gefühlt zwei Jahren kein Spiel mehr gemacht, übertrieben gesagt. Ja, das Problem, das Problem irgendwie einzuschätzen, wie gut der ist, aber ich glaube, auf sowas wird es rauslaufen, ich meine, Werder wird ja auch passen zu der Köln-Connection irgendwie, ich würde auch, sage ich, so eine Rückholaktion wie in den Ulreich nicht ganz wundern, wobei es natürlich auch noch überhaupt keine Gerüchte dazu gibt, wo man jetzt auch gerade sowas sieht, dass wir zum Beispiel auch, wo wir bei Zugängen sind, laut Sky ziemlich kurz davor sind oder in Gesprächen sind mit Baumgartel für die Innenverteidigung, so wird sowas nicht wundern. Ist das eigentlich immer ganz geil, ich war bei Stuttgart? Naja, Baumgartel kommt aus unserer Jugend, der war bei uns, er ist auch mit abgestiegen, damals zu 2016, mit aufgestiegen, dann eben nach dem, oder vor dem letzten Abstieg dann runtergegangen, ist er dann zu Eindhoven, ich meine, war im Stadion beim Hinspiel gegen Hamburg, ist der VfB da durch und durch, Union hat ne, weiß ich ob, ne, Union hat nicht gekauft, ich glaube von Eindhoven wäre es weiterhin, aber scheinbar irgendwo eine Million, anderthalb, zwei, also auch völlig, völlig in Ordnung, recht gestandener Bundesliga-Verteidiger hätte ich auch überhaupt nichts dagegen, aber noch nichts, noch nichts, noch nichts engeres, aber so Rückholaktionen würde mich sowas wie Ulreich auch nicht wundern, ich fände es auch nicht ganz scheiße und fände ich auch nicht schlimm, ist ja nur die Frage, wie, auf was für einem Niveau der Mann aktuell noch spielt. Ja, aber das kannst du ja bei Ulreich genauso gut fragen, also, ja, Ulreich, hast du die Zweitligasaison bei Hamburg gesehen, die fand ich jetzt auch nicht so toll. Nee. Wenn Horn wieder dahin kommt, wo der bei Köln mal war, dann hättet ihr einen super Keeper, also der war, überlegt mal, der war zwischenzeitlich mal so, dass man gesagt hat, oh, Nationalmannschaft, Horn ist, muss dabei sein, immer, ne, also das war, auf der Linie ist das schon, kann er schon richtig guter sein, ähm, das muss man schon echt sagen, äh, hat eine Zeit lang, wie gesagt, zu den besten deutschen Keepern gehört, der hatte damals so eine Verletzung gehabt, wo er danach irgendwie nicht mehr so richtig zurückkam, aber ich glaube, wenn er jetzt mit einem, wirklich so einen Neustart bekommt, bei einem anderen Verein, kann der auch, äh, bei vielen Bundesliga-Klubs rein theoretisch zur Nummer 1 werden sogar, und deswegen, bei Stuttgart, das wäre ein, ablösefrei ist ein guter Deal, ähm, den haben sich, zwischenzeitlich waren ja ein paar Leute unzufrieden mit Pavlenka, ähm, da haben viele sich so ein bisschen mehr Konkurrenzkampf gewünscht, da haben viele gesagt, ey, holt Horn und so, könnte es sogar sein, dass er den verdrängt, also, man sieht so dieses Standing von Horn, das ist schon bei vielen auch noch da, was ich gerade noch reinwerfen wollte, ist auch, ähm, das ist mir gerade eben schon mal wieder aufgefallen, ich mag das auch immer, man sagt immer so, wenn man über Spieler redet, ne, äh, und dann reden wir über so bestimmte Namen, da kommt immer direkt dieser Modus, auch wenn es dazu noch kein offizielles Gerücht gab, aber lustigerweise, meistens, wenn es offizielle Gerüchte gibt, ist es eher so, dass der Spieler nicht kommt, also dass das Ganze nicht passiert, und zum Großteil eher Spieler kommen, die halt entweder gar nicht auf dem Radar waren, oder über die man mal so gesprochen hat, das ist so, ist so ein allgemein Ding, ähm, ich kann das bei, bei mir vom Werder Kanal nur wiedergeben, Amos Pieper damals, äh, habe ich in einem Transfer-Talk drüber gesprochen, war ja vorher in keiner Zeit, also es sind einfach Spieler, die man interessant findet, ne, Niklas Stark, haben wir ja sogar noch drüber gesprochen gehabt, Mitchell Weiser, habe ich als Transfer-Vorschlag gemacht, drei Monate, bevor es überhaupt einen Hauch von dem Gerücht gab, das sind alles so Sachen, die dann viel eher auch mal, weil man halt, man irgendwo als Fan, weißt du ja, was kann denn der Verein, oder was will denn der Verein, auch so ein bisschen, ne, und dann kann man ja so ein bisschen immer aussortieren, und ich glaube, dass, wenn man über bestimmte Namen spricht, auch sehr gut mal Namen dabei sein können, entweder die wirklich auf dem Zettel sind, oder am Ende sogar kommen, ne, das will ich mal einschmeißen. Ja, aber ob es so gut ist, ist eine andere Frage, ich habe die ganze Zeit Boetius im Sommer gesagt, und dann ist er nicht zu uns gekommen. Ja, ich weiß, wir haben doch, wir haben doch die ganze Zeit darüber gesprochen, darüber Boetius, Werder war ja so an dem Berater, der Berater hat ja damals, der war ja noch total cool, der hat ja ganz offen gesagt, äh, wo er gefragt worden ist, ja, ja, Werder, ähm, hat offiziell auch da gesprochen und so, und ich dachte so, ja, Hau direkt raus, willst du Kontonummer noch verraten, was ist los? Das ist ja geisteskrank, ey. Ja, aber, äh, wobei man hat ja, wir waren ja damals uns beide eigentlich, ne, eigentlich haben wir gedacht, wenn er ja nochmal richtig ins Spielen kommt, könnte der eigentlich auch ein Guter sein, aber, ja, war ja nicht ganz so dann, ne. Geht er die zweite mit runter? Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er viele Angebote hat nach der Saison, aber er hatte ja auch, muss man sagen, wirklich diese schlimme OP, da, ne, darf man auch nicht vergessen, vielleicht kommt, bekommt ihm das Spiel in der zweiten Liga, wobei die ist ja noch körperlicher, aber mehr, wenn du mehr Ball besitzt hast, wenn du mehr das Spiel machen musst, als dieses. Mehr Zeit im Ball. Ne, das, ja, das auch, und vor allem, wir haben öfter den Ball, und nicht, äh, der macht, ab und an sieht man ja, was er eigentlich kann, aber er ist einfach, auch, eigentlich ist er auch für die zweite, er ist halt so verspielt, aber vielleicht klappt das in der zweiten Liga, also ich habe bei dem nie erkannt, dass er wirklich den Ernst der Lage gesehen hat, also er ist ein super Typ, glaube ich, mega sympathisch, wirklich ein Sonnenschein, aber der hat mich zwar weiß gut gebracht, aber ich könnte mir vorstellen, sogar, dass er bleibt, weil, selbst wenn den jetzt einer kauft, wie viel kriegst du da, und kriegst du dann für eine Million einen Ersatz? Jaja, das ist halt die Frage, ne, aber Boetius in der zweiten, oder wo er spielen soll, kann ich mir sogar vorstellen, bis wann muss das denn jetzt hier mit den Lizenzen mal durch sein? Also, wann weiß man denn da mal was? Naja, wir haben spätestens 21. Juni Zeit, äh, den Vorschlag der DFL nachzuweisen, dass die Anleihe noch mal zwei Jahre nach hinten verschoben wird, wir müssen ja 40 Millionen bezahlen, eigentlich im November, haben wir natürlich nicht, ähm, wenn die Anleger sagen, ja, verschieben wir noch mal um zwei Jahre, dann würden wir die Lizenz bekommen, das würden wir am 21. Juni erfahren, oder 19. Juni erfahren, ob die Anleger das machen, wenn die Anleger es nicht machen, dann muss wahrscheinlich Triple Seven einspringen, die ja eigentlich noch mal 100 Millionen reinpumpen wollten, die aber eigentlich ja für andere Sachen gedacht waren, und auch für andere Schulden, ja, ist alles nicht so einfach, aber ich denke, wir werden die Lizenz bekommen, ich glaube nicht, dass, also, zur allergrößten Not sagt Triple Seven, ja, dann machen wir, ziehen wir das von den 100 Millionen ab, da ist ja auch schon ein bisschen was geflossen, dann kriegt ihr halt nur noch 30 Millionen im nächsten Jahr, und nicht mehr 70 oder so, ja, ei, 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 da bin ich mal gespannt, ja, aber wird schon werden, weil da kommt ja der Kader eigentlich erst richtig ins Rollen, ne, also, so gesehen, ja, und dann hast du eigentlich nur noch, äh, fünf Wochen Zeit, dann beginnt schon die Vorbereitung, das ist so krass, ne, wann ist das Zweitliga-Start? Ende Juli, also in sieben Wochen, Alter, ist ja krass, ja, also, wenn die Lizenz erteilt wird, am 21. Juni, dann hast du quasi noch fünf Wochen, zum Start, schon haffig, und wann beginnt dann die Vorbereitung, eine Woche danach, oder was, oder direkt dann wahrscheinlich, ja, eine Woche nach, nach Lizenzvergabe ungefähr, geisteskrank, ja, das ist, vor allen Dingen dieses Jahr, ist das ja ganz heftig, weil die Saison ja so lange auch noch ging, ich habe eh auch gesagt, viele haben gesagt, boah, scheiß Sommerpause und so, bin ich auch voll dabei, aber, die ist diese Saison, verhältnismäßig irgendwie kurz, wenn man überlegt, Juni wird der Kader eigentlich immer geschmiedet, da kommen die meisten Transfersachen, und wo du dich ja sowieso mit beschäftigst, gerade auch als Fan, ne, passiert da ja meistens viel im Juni, die Grundsteine werden gelegt, Juli ist schon Sommerlager, so, bei fast allen Vereinen dann, ähm, und Testspiele, also im Juli hast du schon wieder Testspiele, hast du schon wieder Spielbetrieb, ähm, und da werden die Weichen schon gestellt, und ich glaube, Ende Juli, Anfang August, da geht's ja schon los, mit, äh, DFB-Pokal, ich glaube, Adret anfangen musst oder so, ne? Ja. Das ist schon krass, also so, Grundsteine beginnt am 18. August. Das heißt, unsere Tipps beginnen schon wieder in der letzten Juli-Woche, weil wir ja jetzt auch die zweite Liga mittippen. Richtig. Das ist korrekt. Ihr müsst nur noch sieben Wochen warten, dann gibt's wieder Qualitätstipps. da hast du auch gerade recht bei dir. Weil ich finde, Elversberg gegen Schalke 3-3 spielt, oh, geil. Ja, das werden auch gute Begegnungen werden, ne? Aber, also ohne Witz, also als Elversberg-Fan, ich würde diese Liga komplett zelebrieren, würde überall hinfahren, ne? Ja, Du hast auswärts, Hertha, Schalke, Betzenberg, Junge. Aber Wiesbaden doch auch. Ja, aber die waren ja wenigstens schon mal oben irgendwann mal. Ja, ja, irgendwann mal. Wiesbaden ist eigentlich so lange her, also Elversberg ist ja komplett krass. Aber so, ich hätte jetzt so Wiesbaden gar keinen Bezug zu, sag ich so, weißt du, also wenn jetzt, überleg mal, die haben jetzt die Relegation geschafft, das ist auch schon, das ist schon krass, ey. Ich hab die nur durch unsere, unsere Saison im Kopf, Wiesbaden, weil wir gegen die, die dieses eine Tim Walter Masterclass-Spiel hatten mit 35 Torschüssen und 1 zu 2 verloren. Tim Walter. Das war es Tim Walter Masterclass-Spiel. Und enden mit Tim Walter. Ja, guck mal. Wieder HSV. Ey, ist ein guter Kapper. Ich mag den nicht. Ist ein guter. Die Saudis sind auch an Aubameyang rein, kam gerade eben rein. Echt? du hast doch gerade eben den Pott gesagt, da geht noch einiges, glaube ich, also. Da geht noch einiges, natürlich. Und da ist ja dann wieder das Interessante, all sowas bringt natürlich echt viele Steine, ins Rollen, ne? Und viel Geld da auch sein könnte. Wobei, bisher haben sie ja, bei N'Golo Kante wäre eine Ablöse dann fällig, oder? Ist der Ablöse frei? bei dem wäre eine Ablöse fällig. Bei Benzema wäre Ablöse frei. Ronaldo Ablöse frei. Aber Aubameyang wäre, glaube ich, Ablöse nicht. Ich glaube, Aubameyang auch ablöse, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie bei Aubameyang gar nicht mehr durch. Wo steht denn der wirklich unter Vertrag jetzt? Ich glaube, bei Barca. Chelsea. Barca? Ich hätte jetzt Barca gesagt. Ich sehe da nicht mehr. Ja. Du kannst recht haben. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, weil Club Barca wollte ihn mal zurückholen. Ich glaube, deswegen habe ich das im Kopf, dass er bei Chelsea ist. Ja, es ist sowieso so geisteskönig. Bei Chelsea weiß man ja auch nicht, ob die Spieler kaufen oder leihen, weil die Leihgebühren so hoch sind, wie Käufe, die wir uns nicht leisten können. Bei Giao und Felix waren es ja über 10 Millionen Leihgebühren. Da sieht man halt dann nicht mehr durch. Das Krasse war ja auch. Also Auber gehört Chelsea. Der ist vor der Saison für 12 Millionen zu Chelsea. Ja, einer von vielen da. Weißt du, was das geil ist? Der ist 7 Millionen Mark wert, der Mann. Vor der Saison, ich dachte, das wäre eine Laie. Der ist vor der Saison, aber der hat irgendwie, der hat irgendwie eine Minute gemacht oder sowas. Oder irgendwo war der dabei, bei Barca, weil der musste auf diesen T-Shirt und so weiter, ist der überall mit drauf. Aubermian. Weil der irgendwie halt, ich weiß nicht, ob der da irgendeine Minute gemacht hat oder in irgendeinem Spiel oder so. Auf jeden Fall ist der deswegen, obwohl er kein Spiel in der Liga gemacht hat, ist er überall als Aufsteiger und es zählt auch als Titel. Also er hat den Titel trotzdem auch gewonnen. Na, guck mal. Ja, also im Wohnzimmer in England hat er den Titel in Spanien gewonnen. Das sind die Ron-Rupert-Zieler-Weltmeisterschaften und sowas. Ja, genau. Es gibt Dinge, die gibt es nicht. Und ich weiß, dass er im Winter zurück wollte nach Barcelona. Das weiß ich auch noch, weil dann Tuchel weg war. Ja, ja. Ich sag ja, es gibt Dinge, die gibt es nicht. Unglaublich. Was ich aber noch vorhin sagen wollte zu Stuttgart, was ich vergessen hatte war noch, den finde ich auch richtig interessant. Bin ich sehr gespannt, wie der das bei euch weiterentwickelt, weil ich nicht davon ausgehe, dass ihr ihn abgeben werdet. Wenn doch, kannst du gerne Bescheid sagen. Mein ja nur. Will er nur mal reinschmeißen. Enzo Milot. Das ist ja... Das ist ja... Mio, bitte. Mio. Ich nenne ihn weiter in Milot. Das erinnert mich immer an Milot Rashica, die Verlorenen. Guter Mann. Was sagst du denn zu dem eigentlich? Das wäre da ein bisschen das Masterclass gewesen damals. Genau das Paradebeispiel, wie er es hier machen wollte, das glaube ich irgendwann 2020 oder so, 2021 geholt. Und dann ist das Saison lang quasi nichts von ihm gesehen halt, auch Verletzungen. Und jetzt dann so langsam kommt er rein. Ich meine auch nicht die gesamte Saison, das müssen wir auch nicht übertreiben. Aber jetzt am Ende wurde er auch richtig wichtig. Und gerade die Relegationsspiele hat er zweimal sensationell gespielt. Und das ist halt ein Mann, der ist 20. Genau diese Zehner, die wir da vorne brauchen. So Flügel, Zehner, wie auch immer. Und das ist halt das Krasse bei dem, die Technik. Der hat eine Ballbehandlung. Das ist einfach wirklich... Also wenn der es so weitermacht, dann musste man wohl auch ein bisschen umkrempeln. Zumindest Labbadia hat das gemeint im Winter, dass man den ein bisschen umkrempeln muss im Kopf. Dass er gerade nicht das ist, was man braucht im Abstiegskampf. Aber hat er wohl hinbekommen unter Hoeneß, falls es denn jemals so war und er bei dir eigentlich einfach nur Quatsch erzählt hat. Aber der Mann, einerseits hoffst du, dass es besser wird noch. Andererseits weißt du, wenn er nächstes Jahr weiterhin so abliefert, ist der Sommer 2024 weg. Aber das macht schon richtig Spaß, hinzuzugucken. Das ist schon einfach geil. Und den hast du auch damals von Monaco geholt für eine Million. Irgendwie so aus dem Jugendbereich. Eine Million. Aus der ersten Mannschaft. Eine Million, genau. Eine Million. Also ihn und diesen Führig von euch, da fand ich in der Relegation schon extrem gut, muss ich sagen. Das ist eigentlich so eine Achse, über die müsst ihr nächste Saison so safe kommen. Es sind zwei Spieler, denen musst du alle Freiheiten geben hinter dem Stürmer. Egal, ob die auch über den Flügel kommen oder so als direkter Zehner dahinter, sollen sie sich die Position teilen. Aber die haben in Kombination so gut harmoniert auch. Auch eben diese Technik, die du gerade schon gesagt hast, war auch so als Außenstehender echt cool zu sehen, wie die auch das zusammen gemacht haben. In dieser Konstellation. Das ist eigentlich eine Qualität, die wirklich richtig, richtig gut ist und Bock auf mehr macht. Führig war ja auch schon gegen Mainz absoluter Matchwinner. Ja. Aber halt auch irgendwie, ich sag mal, ab Mainz irgendwie, Führig ist auch so komplett inkonstant leider. Dieses Mainz-Spiel war fast ein kompletter Ausrutsch am positiven Sinne, dass der wirklich aus der Reinkompten drei Torvorlagen oder zwei Torvorlagen liefert. Aber dass die klappen können, ist ja beim meisten Spielen so. Die können ja alle kicken. Sie müssen es halt nur abrufen. Das haben sie ja im Hinspiel gemacht. Und das zweite Tor war es, glaube ich, das, wo sie da durchgespielt haben. Traumhafter Steckpass von Führig und Mio liegt nur rüber auf Wagnermann. Das kann so gerne weitergehen und wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil Thomas verlängerst du ja nicht. Der bleibt ja nicht. Tita ist gerade auch so ein bisschen außen vor, kam jetzt rein, auch schönes Tor gemacht, aber so ein bisschen außen vor gewesen. Ja, von der Bank kommend. Peria und so Geschichten, eher von Sturm von der Bank. Also aktuell, außer Tutsi noch irgendwas, sieht das auch so aus, als würde es da vorne so bleiben, Führig, Mio und Gerasi. Ich kann mich noch an letzte Saison erinnern, da hat doch Führig diese eine Milliarden-Prozent-Chance vergeben. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Aber da hat er so eine richtig geisteskranke Chance verballert. Und gegen Hertha, wo ihr da 2-0 verloren habt bei uns, da war der auch so ein Spieler, der viel gemacht hat, aber nichts durchgezogen hat so richtig. Ja, ansetze halt da, und dann rennst du wieder blind in irgendeinem Spieler rein. Es passiert ja genau das Gleiche. Deswegen ab Mainz war stark und das Hinspiel vor allem. Da ist er auch gedacht, warum bringst du nicht Tomasch von Beginn an für Führig, aber Führig dann direkt vor Minute 1 und hat gedacht, wow, okay, das ist heute sein Tag. Da habe ich vor allem im Hinspiel eine absolut geile Leistung gebracht. Man muss es halt nur ein bisschen dauerhafter noch abrufen, weil Potenzial schlummert in dem wie in den meisten, aber es fehlt halt die Konstanz, was ja wahrscheinlich mit dem Alter auch zusammenhängt halt. Aber ich bin gespannt mit Hoeneß als Trainer. Vielleicht wird es ja auch was Langfristiges. Und ich habe ja den VfB letztes Jahr auf Platz, also für diese Saison, die jetzt abgelaufen ist, auf Platz 9 gesehen oder 8 sogar, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich ja komplett daneben lag. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr besser, wer weiß. Ich hatte uns, glaube ich, auch sogar irgendwie auf 12.13 Uhr getippt vor der Saison. Und da wären wir auch genau gelandet, hätten wir halt Hoffenheim geschlagen. Dann wären wir genau auf 12.13 Uhr gelandet. Das wäre auch von Platzierung her eine... solide Saison gewesen durch diesen einen Sieg, was auch nicht so eng ist. Mit deiner Punkterechnung wäre es ja eigentlich Europa League. Ja, sowieso. Das ist gerettet. Da wäre einiges nach Krieg. Dann müsste ich mal Felix fragen, wie viele Punkte reichen denn für den Aufstieg nächstes Jahr? 28. 50. Wie war man gebraucht? Ich wollte gerade runterrechnen. 50 ist gut. Ich wollte 41 sagen. Ein Punkt mehr als Klassenerhalt. 40 Punkte Marke, diesmal anders. Ja, das machst du schon. Das machst du schon. Ja, Freunde, dann sind wir schon wieder beim Ende angekommen. Wunderbar. Vielleicht hast du schon deinen Stream online? Natürlich nicht. Das ist wunderbar. Ich muss sowieso, oder ich werde erstmal, bedanke ich mich nochmal an alle, die hier gerade eben ihr Sub verlängert haben. Die ganzen Follows, die reingekommen sind. Vielen lieben Dank. Auch nochmal speziellen Dank an Drachenseele. Vielen lieben Dank. Zehn Subs vorhin reingehauen. Vielen lieben Dank auch Felix, dass du heute unser Gast warst. Ja, sehr gerne. Das hat auf jeden Fall wieder echt viel Spaß gemacht. Auch mal so einen Stuttgarter Einblick. Finde ich sowieso immer cool, wenn halt dann die Gäste auch von ihrem Verein was mehr erzählen einfach. Bin sehr gespannt, was wir auch für Kommentare haben werden. Auch bestimmt der eine oder andere Stuttgarter dabei sein wird. Und Freunde, ich sage auch mal für die Leute, die diesen kompletten Talk jetzt auf YouTube im Nachhinein sehen, checkt natürlich auch gerne Felix seinen Kanal ab. Ist natürlich auch wieder unten verlinkt. und lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst auch gerne natürlich ein Follow bei uns da. Sind auf dem Weg zu den 3000 Abonnenten jetzt hier mit dem Kanal auch. Und ja, das geht alles super schnell und super cool. Das ist eure Chance, noch unter den ersten 3000 zu sein. Und bei Felix, Felix, sag mal kurz, wo stehst du gerade? Äh, 7600 grob. Ja, guck mal, immer noch unter den ersten 10.000. Freunde, das ist eine Chance. Ja, guck mal. Das ist eine Chance, die solltet ihr wahrnehmen. Die habt ihr nämlich verpasst schon bei Felix und mir und bei Felix müsst ihr da nachziehen. Also, Werbung nochmal für Felix dick gemacht. Mua, Klutscher. Auf jeden Fall. Nico will euch ja nur zu eurem Glück zwingen. Ja, richtig. Nichts anderes ist das. Ja, wir haben noch nichts davon. Also, ist doch klar. Freunde, einfach mal machen. Einfach mal machen. Ist doch klar. So, die letzten Worte gehören natürlich auf jeden Fall Felix und dann kann Felix noch was sagen, damit wir dann rüberschalten können. Es lässt du ihn schon mal online, damit ich schon mal suchen kann. Jetzt ist er online, ja. Wunderbar. Jetzt ist er online. Ja, online war mir zum Glück ich auch in zwei Spielen. Also, ich bin sehr happy, dass ich hier sitzen kann mit einem Kassner halt. Hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht. Hoeneß wirklich Wahnsinnsleistung, was er da abliefert. Wie gesagt, in der Bundesliga, seitdem er da ist, immer auf Platz 5. So weit geht es nicht, aber ich hoffe, sehr auf eine entspannte Saison nächstes Jahr bei Bremen dasselbe. Und wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube auch, dass Schalke und Hertha gute Chancen haben, wieder aufzusteigen. Dann mal gucken, was die Neuestisse ausbringt. Ja, also ich kann nur sagen, Felix, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Macht es immer ein Genuss mit dir zu quatschen. Die Frage ist, wärst du auch hier gewesen, wenn das gestern 0 zu 4 aus deiner Sicht ausgegangen ist? Das würde ich gerne mal wissen. Also die Zusage kam ja schon vor dem Spiel abends. Deswegen ja. So nämlich. Ich bin ja keiner, der noch absagt. Okay, super. Also da ist schwäbische Zuverlässigkeit ist auf jeden Fall am Start. Schön, dass du wieder da warst. Ich glaube wirklich mittlerweile der häufigste Gast, wenn ich das und meinen Stream zusammenzähle, freut mich immer sehr und wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielen Dank, dass du auf jeden Fall wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Und danke an alle, die hier zugeschaut haben. Natürlich. Wir werden jetzt bei uns, da kann ich ja gleich noch Eigenwerbung betreiben, wir werden jetzt bei uns ein Interview aus dem Radio von Kai Bernstein reinziehen, unserem Präsidenten. Da spricht er auch noch mal ein bisschen über die Lizenz und so weiter, über die Ziele in der Zukunft. Ist, glaube ich, zwei Tage alt oder so. Geht 50 Minuten, das ziehen wir uns jetzt Late Night mäßig hier auf jeden Fall noch rein. Und damit reinen wir rüber. So. Super. Wunderbar. Viel Spaß noch, Bruder. Und schönen Abend noch, Felix. Macht's gut. Ihr beiden. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.